So, ich habe jetzt in dem neuen Update, das jetzt veröffentlicht wird, jeder hat recht, aber nur ein wenig spreche ich ein Video an, da kommen wir jetzt gleich drauf. Das ist das von den Dieter Lange und ich habe gesagt, das wäre es wert, dass wir uns das anschauen und dass wir das auch genauer kommentieren, da kann man aber kein YouTube draus machen, sonst wird das hundertprozentig gesperrt, ich nehme das jetzt einmal mit auf, wir können das durchaus veröffentlichen, wenn das also nicht nur in dem Chat bleibt, gibt es immer keine Schwierigkeiten, wenn wir jetzt ein YouTube drauf machen, wird das mit zivilischer Sicherheit gesperrt werden und ich sage jetzt, das ist jetzt Dieter Lange, die ganzen Videos sind unheimlich gut, Wir hören uns jetzt doch einmal rein, was hier passiert. Wir müssen auf diesem Planeten nur eine einzige Frage beantworten. Wie lautet die Frage, die einzige, die es überhaupt gibt, wer bin ich? Das ist eine Vereinigung, da gibt es, kann man ja ganz kurz nochmal reinspringen. Der Ton ist da, ne? Das ist jetzt hier unheimlich live erleben, das ist so ein ganz berühmter amerikanischer Doni Robinson, Trainer für erfolgreich sein, für glückliche Beziehungen, Kraft kommen, gesund werden, Geld materialisieren, Kopf ausmisten, all diese ganzen Denktrainer, hochinteressant zum Anschauen, werde ich in keinster Weise frei machen. Der ist mit einer der genialsten, es ist nichts, was er erzählt, er zitiert, die zitieren alle nur. Also wie gesagt, du brauchst da keinen Trainer, aber was hier, er spielt extrem mit der Sprache und ich erkläre das jetzt im Hintergrund noch mit Holophilien. Ich kann auf jeden Fall noch einige Charakteristika sagen, was eine wirklich strahlende Persönlichkeit ist. Gleichzeitig aber sind wir darin auch gefangen. Wir sind in der Persönlichkeit gefangen, die Persönlichkeit ist, die Maske erweitert ist, das ist dein Körper. Du steckst in deinen Körper wie ein Gefängnis, aber einzig und allein nur deshalb, weil du sagst, ich bin dieser Körper, der bist du nicht. Der Körper ist etwas, was du um dich herum ausdenkst. Und ich auf diesem Planeten jemals beantworten. Wir sind auch auf keinem Planeten, das ist reiner Materialismus. Das ist die, die alle großen Weisen und Denker dieser Welt immer schon bewegt haben. Es gibt nur, das ist das Schöne, wir müssen auf diesem Planeten nur eine einzige Frage beantworten. Wie lautet die Frage? Die einzige, die es überhaupt gibt. Wer bin ich? Wir müssen auf diesem Planeten nur eine einzige Frage beantworten. Und ich sage immer, plane, das Wort Planet aus dem Griechischen ist das Umher- und das Umher-Schweifen, die Irrfahrt. Der Irrgang, da kommen auch die Planeten her. Und jetzt ist wichtig, wenn du planst, du erst auf dem Planeten genauso der Herr wie dein Planet um irgendeine Sonne umher, die Planeten. Es sind ausgedachte Dinge. Es ist plane nichts, du gehst in die Irre, solange du dich auf deine Logik oder auf das Geschwätz irgendwelcher Menschen verlässt, bist du ein Umher-Rinder. Und jetzt ist ganz interessant, dass wir natürlich, wenn wir jetzt wieder unsere Sprache nehmen, das Bella, heißt das dann mal ein Wunder. Etwas Ungewöhnliches, Rätselhaftes. Das Rätselhafte ist das Leben, das du erlebst und das eigentliche große Rätsel des Lebens ist dein Bewusstsein. Was ist Bewusstsein? Was bin ich als Ding an sich? Ein Nichts. Und dieses Nichts, und da kommt jetzt das schöne Wunder, das beginnt schon mit einer Wund, Unde, dieses doppelt aufgespannte Unde. Du musst überall die Sprachen, du musst die Sprachen verknüpfen und dann haben wir zuerst einmal dieses Un, eine aufgespannte Existenz ist ein geöffneter Augenblick, wenn ich das mit 70 schreibe. Und dieses Unde heißt von woher, woher kommen eigentlich die Undas? Diese Augenblicke sind nämlich Schöpfungen, woher kommen die Wellen? Die Wasserwogen. Dieses WL, dieses doppelt aufgespannte L, das ist immer die Welt, da hast du das schon mit drin. Das ist ein polarer Rand. Polarer Rand, ja. Das ist W, das aufgespannte E, L, T. Und ich betone, da gibt es noch viele andere Perspektiven dazu. Tausendfach erkläre ich das. Und jetzt hast du schon, du brauchst Deutsch, du hast einen polaren Rand. BR wiederum ist das Äußere und A und D hast du auf Hebräisch Auf- und Abschwingen. Jetzt kommst du in die Transfersaile. Das habe ich tausendmal erklärt. Da will ich gar nicht rein. Reingehen genauer. Was wichtig ist, es ist absolut, er ist sehr spirituell, aber trotzdem vollkommenes raumseitliches Geschwätz. Hätte man dir in der Schule erzählt, dass die Welt eine Scheibe ist, denkst du dir eine Scheibe aus. Das Wissen ist komplett austauschbar. Alles, was du nicht mit eigenen Augen, nie so kosmisch gesehen hast oder sehen kannst. Das sind Atome, Wassermoleküle, Gase, Elektrone, Vasare, schwarze Löcher in Bezug auf den Makrokosmos und alles, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst. Anfang von deiner eigenen Geburt als Trockennasenaffe. Wenn du es beschwörst, schwörst du an Meinheit. Ja, absolut. Bis hin zu einem Urknall. Es ist komplett nur geistlos nachgeäfftes Wissen, wo du in dir Vorstellungen aufbaust, das so extrem fehlerhaft ist. Wenn ich immer wieder sage, ich zeige dir in deinen Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler, die jeder 13-Jährige mit seinem Intellekt sofort als eindeutig nicht richtig als Fehler erkennt, wenn ich ihn darauf hinweise. Was aber trotzdem ist, dass ich sage, es ist wichtig, im Mittelpunkt, in dem Moment, als ein kleines Baselstück, das mit in Verbindung mit einem anderen Baselstück, was vollkommen Neues gibt. So wie die Flächen, Kreis und Dreieck ein Kegelwahn. Du musst aber dann dimensional eine Stufe höher denken und die Dimensionen, Dimensio, wenn ich das immer wieder erkläre, die Sprachen sind dieses DI. Vorsilbe kommt von dir im Griechischen, das heißt auseinandergeschmissen. Du schmeißt dich auseinander, hier bin ich und dort ist das, wo ich mir was hindenke. Aber alles, was du, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich irgendwo hindenkst, das ist hier und jetzt deine Information. Und diese Information ist nur der Moment, der im Moment in dir auftaucht. Und da fällt eine Seite, das ist eine Gestaltwerdung und mit aufgespannt mit einer zweiten Gestaltwerdung, das ist Mom, das ist ein Fehler, das ist jetzt ein Eck. Und dann fängst du an, Gebrechen, Auseinanderbrechen, dieses GB, dieses Auseinanderbrechen, das ist der Geist, die drei, die Synthese, bildet in sich eine These und eine Antithese, das sind zwei, das ist GB. Und jetzt haben wir ganz Buckel vom Schildschirn, das heißt die Logos des Kindes wirft eine Erhöhung, einen Buckel, da haben wir das HWH, HWH, die Erwiderung, dann geht das Gewölbe, die Kamera, genau genommen, die geöffneten Ecken fallen wieder nach unten in die Ecke, die HWH, die Rückseite, Rückseite, Sumpf, Vertiefung, Wasserbehälter und dann kommst du wieder zurück. Keine andere Frage musst du jemals beantworten, damit der Kreis deines Lebens sich schließen kann. Karai, wie der Kopf des Schöpfergottes, das ist Bewusstsein, Karai ist. Die Indianer sagen, I am complete, also ich habe den Kreis meines Lebens geschlossen, weil ich die Antwort gefunden habe. Komm, ist zusammen, ich springe in Einsprache, wir können auch ins Chinesische oder sonst wo hingehen, das ist ein anderes Prinzip, das ist wie unterschiedliche Computerprogramme. Das, was dich umfasst, das Umschlingen, merkst du, das Komplettwerden, das umfasst dich, das Welten, deine Traumwelt. Wir sind übrigens immer wieder, wenn ich sage, diesen Traum, Trauma, auf Griechisch Traum, die Traumschöpfung. Was ist ein Trauma? Wunder. Interessant ist, dass ich jetzt dieses, komm, BLE, sind wir schon wieder bei uns am Spiel, weil das hier, BLA, das ist das Wunder. Wunder. Als LF gelesen, das ist total rätselhaft, was hier passiert. Ja. Wunderbar, BA, BR ist das Äußere, das Wunder des Äußeren. Du bist das Wunder deiner eigenen Äußerungen. Wir können natürlich jetzt dieses BL hinten auch eine 70 dran setzen, dann kriegen wir zwangsläufig eine negative Vielheit von dem BLA. Das gibt es als Einzelwort nicht. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Das hast du das Wissen. Von diesen ausgedachten Lichter zeugt die Augenblicke in dir. Absolut. Und wir können dann auch dieses BL als H setzen. Das ist der Trick, die ersten drei Umschreibungen. Und dann kriegst du unterschiedlich behandeln. Ein Ausgesondertsein, ein Ausgewähltwerden, ein Absondern. Interessant ist das Entlausen, sagt ihr im ersten Moment nicht viel. Aber wenn ich jetzt weiß, was die Fossil WN bedeutet und das Licht ist außen. Ja. Das erscheint ja unterschiedlich, weil zum Licht gehören die Schatten. Licht alleine siehst du nicht. Du brauchst Unterschiede. Ja. Vision Quest, die werden in die Wüste geschickt. Die Wüste ist die Mitbau. Ja. Ja, es geht wirklich. Das ist das Wort vom Wort. Das heißt wörtlich übersetzt vom Wort. Ja. Das ist das einmal hier, die erste Person. Und du wirst, du Geist, wirst in eine erste Person geschickt. Und diese erste Person heißt in ein Ich. Und du bist der Sprecher, der sich das alles ausdeckt. Ja. Das ist die Vorsilbe. Jetzt wird es natürlich interessant, weil jetzt kriegst du, wenn wir das jetzt in zwei Zweieradixen lesen, eben DBR. Das BR ist das Äußere. Wir haben zuerst einmal, M heißt V, DBR heißt Wort. Aber auch, gibt es noch einige, eine Bollenpest. Jetzt denk einmal deine Gedankenwellen aus. Das sind Bollen auf den spiegelglatten Oberfläche. Und B ist, Englisch heißt das Wissen, Lateinisch Wissen ist. B E wiederum als B Heglisen heißt, hier ist eine raumzeitliche Erscheinung beziehungsweise Spiegelkeit, Spiegelung. Und das wiederum ist ein doppelt aufgespannter Ort. Wenn nicht die Finger immer so auseinander machen. Und du bist dieser doppelt aufgespannte Ort, Führer, der Wort Führer. Weil du ja etwas aussprichst. Absolut. Das ist alles absolut. Da kann man jetzt ein bisschen reingehen. Das ist übrigens das fünfte Wunder. Da gibt es jetzt so Wunder in der Bibel. Du meinst, ich müsste jedes Wort genau erklären. Die sagen dann, Hoka, hey, heute ist ein schöner Tag zu sterben. Wann denn sonst? Es gibt bloß heute. Heute beginnt, wenn du wach warst, du wirst jetzt wach. Und dann musst du ständig wechseln die Bilder. Und jetzt schalte ich dich wieder aus. Du sagst, du schläfst ein, dann ist es heute zu Ende. Es gibt nur einen einzigen Tag. Carpe Diem, das ist heute. Alles, was passiert, passiert heute. Und jetzt denkst du dir schon eine Spanne aus mit einer hellen und einer dunklen Hälfte. Jetzt sagst du zum Beispiel, es ist hell. Dann bin ich da oder ich bin da. Aber egal, auch hier, wo du dich hindenkst. In die Helle, in den Tag hinein oder in die Nacht. Es ist immer jetzt. Und jeder Moment, den du heute denkst, denkst du jetzt. Jetzt fällst du in den Punkt zusammen. So ist es. Das ist kein Iso-Geschwätz. Du willst es bloß nicht wahrhaben. Und solange du das nicht wahrhaben willst, wirst du leiden. Die meisten Menschen leben leider... Sterben heißt übrigens SD, raumzeitliche Spiegelungen oder Erscheinungen sind erweckte polar Existenz. Das ist Sterben. Da steckt das Wort Erben drin. Erbe, die du mal febräisch hast, erweckte. Das ist ein unvollendetes Leben. Und sterben nicht mit einem Lächeln auf den Lippen. Weil sie nämlich den Kreis nicht geschlossen haben. Anfang und Ende musst du schließen. Du bist der Beginn und der Anfang. Du wirst jetzt wach. Und du wirst jetzt wieder einschlafen. Du wirst jetzt irgendetwas denken. Alles, was du denkst, erschaffst du. Gott, hier und jetzt eine Information. Und mit den nächsten Gedanken, den du jetzt denkst, wird jetzt die bestehende Information zerstört. Ja, das ist so. Das heißt, es kommen und es gehen. Was hier demselben jetzt. Und jetzt denk wieder deine 200 Gramm rote Gnede. Ich mache aus der Gnede einfach, ich sage mal, eine Kugel. Und jetzt haue ich rechts und links und oben und vorne und hinten drauf und es wird ein Würfel draus. Und in jedem Moment, wo ich die bestehende Form verändere, entsteht eine neue Form und die alte, sie verändert sich, sie wird zerstört. In dem Wort ver, V-R, B-Stapel erweckt, kommt A-N-D mit einem Bündchen drüber. Und das ist ganz einfach, dieses A, da haben wir schon die zwei Seiten in den Aleph, die existierende Öffnung. Das ist schlichtweg und einfach tausendfach erklärt, ist ein Bewegen, ein sich hin und her bewegen. Das ist der Kein, der unsteht und flüchtig wird. Das sind diese zwei Sachen, dieses ND, darum haben wir, die geöffnete Schöpfung besteht aus 2 MM, das ist der Beirg und das Wellenteuer. Du schaust nur eine Seite an. Und das sind aufgedürmte Wasser. Du, das ist eine Reihe, MT, wir sind wieder bei uns am Tod, die Medim, Tod, so viele Wasser, so viele Wasserwellen. Das sind Haufen, die schwanken und die Wappen hin und her, aber nicht von der Vergangenheit in die Zukunft oder von hier nach dort, sondern nur Transfersort. Und jetzt kommt mal, jedes Wort kannst du spiegeln. Wenn ich das jetzt nämlich spiegle und ich mache aus ND, ND, rechts, links, 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 dann kriegst du, ND und flüchtig ist N-A-I-N, das ist der existierende Augenblick. Der Begriff fällt in Schöpfung schon, der Keim wird unsteht und flüchtig. Das ist der Affenmensch. Und jetzt kriegst du deine bewegten Bilder. Bild, Bild, Bild. Bild, Bild. Und jetzt ist das Schöne. Dieses Bild verschwindet und das Nächste taucht auf. Schau das kleine Bild an. Ja. Das ist die Bewegung, das Schwang, das Bewegung, das sich hin und her bewegen, ist eine transversale Bewegung. Und jetzt ist interessant, Aleph als Vorsilfe im Hebräischen ist ein sogenannter, Imperfekt. Dann haben wir im Selbstgespräch mit Renner. Das heißt, im Meer, P-R, wird Wissen erweckt und dieses Wissen, das du erweckst, ist eine Facette in einem Eck, das sich spiegelt. Imperfekt. F-Eck-T. Deutsch-Iblich. Die Wörter sind selbsterklärend, genauer wie in jedem Lexikon. Und jetzt, dieses Imperfekt heißt, ich kann, ich werde, ich soll zu einer existierenden Öffnung werden. Und wenn man das im Ganzen lesen, heißt es schlichtweg, man einfach als, ich werde hin und her schwingen, wobei dieses hin und das her ist ein Auf und ein Ab. Aber A, U, F, es geht der Schöpfe, U, B geht in dir auf und ab geht wieder zurück. Ich muss einen kleinen Moment, ich muss aufmachen. Ja. Es ist ein ehemaliges Spiel mit dir. Geht das eigentlich, kriegst du das Richtige eigentlich erst mit. Ja, da kriegst du, da kriegst du die Aufschlüsselung, wie du mit dir selber spielst. Absolut. Und wie du dir selber alles, wir zwei sind ja unter uns, wir zwei sind ja unter uns, machen wir weiter, ich kriege Besuch, die Nadja kommt. Okay. Das ist natürlich jetzt ganz wichtig. Du denkst jetzt den Udo wieder aus, das muss, das jeden Moment, du hörst nur Worte und baust jetzt in dir was auf. Wo ist die Nadja jetzt, wenn das Wort fällt? Wo ist der Udo jetzt? Er existiert nur, wenn du ihn denkst, das eine wie das andere und es ist hier und du lest dir am Kopf aufgrund von Worten. Im Amtfach war das Wort, ist das Wort. Ja, absolut. Mach weiter. Die Frage, wer bin ich, beantworten wir nämlich sehr fahrlässig. Wenn man dich nämlich fragt, sag mal, wer bist du, dann wirst du etwas antworten, weil wir noch keine zwei Minuten darüber nachgedacht haben, was alle anderen um dich ähnlich beantworten. Das heißt, du wirst dein Ich darstellen, lateinisch Ego. Du antwortest also zum Beispiel mit deiner Konfession, Katholik. Woher du kommst? Bayern. Deine Landsmannschaft? Deutscher. Du antwortest mit deinem Beruf. Viel wichtiger übrigens ist dein Vorname. Wenn du jemanden einstellst. Es ist hier übrigens, es ist ein Business Training. Es ist immer wieder Lehrgänge. Übrigens, wenn du dir sowas antust, kosten zwei Tage, kosten fast 2000 Euro plus Mehrwertsteuer bei ihm. So ist es. Das ist auch alles okay. Er macht das mit der Beste, aber es nützt dir in deiner geistigen Entwicklung überhaupt nichts. Diese ganzen Lehrgänge, auch die Tolles und die Depperweins, die Bücher verkaufen und nochmal, kein Vorwurf, was du jetzt denkst. Du darfst dem Udo nicht vorhoffen, dass er dir das jetzt erzählt, weil ich bin nur eine Figur in deinem Traum, die so ist, wie du sie träumst. Die Menschen, die der Udo, das Pixelmännchen, der Lautsprecher jetzt anspricht, die du dir jetzt aufgrund dieser Worte ausdenkst, die sind, weil du sie dir genauso ausdenkst. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich verfüge über das Bewusstsein, das ist jetzt das Rode-Ich, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir denke, vorhoff, dass er so ist, wie er ist und dass er das jetzt macht, was ich denke, dass er macht. Ich bewundere aber auch keinen Menschen, den ich mir jetzt in die Vergangenheit denke, dass er das oder jenes entdeckt oder gemacht hat, was ich ganz selber gemacht hätte. Oder ich werfe keinen vor, den ich mir in die Vergangenheit denke, einen Hitler zum Beispiel, dass er so ist, wie ich ihn mir jetzt denke. Es sind einfach nur Momente, die in mir auftauchen und das ist hundertprozentig sicher. Absolut. Anders, das ist absolut. Lass uns das weitermachen, das ist wirklich hochspannend. Google immer die Bedeutung des Vornamens. Nomen ist Omen, nicht nur des Vornamens. Ich zeige dir auch dein eigener Name. Steckt schon komplett, extrem gezippt in einem Code. Das ganze Leben, das du erlebst, ist da hier extrem komprimiert. Darum, den Spruch kennt ihr, gebt euren Kindern schöne Namen. Das ist die große Frage, ob sich den Namen, wenn du älter bist jetzt in deiner Rolle, ob du dir als Elternteil in irgendeiner Form raussuchen kannst, was für einen Namen du deinem Kind jetzt gibst, auf dieser Trockennasen aufheben. Den kannst du komplett vergessen. Das ist mein Speisekartenbeispiel. Du liegst auch in dem Worn, wenn du in ein Lokal jetzt gehst, jetzt reden wir wieder bröselig, du gehst in ein Lokal, in irgendein Lokal, das heißt, man muss dir einfüllen, ich könnte zum Essen gehen. Das muss dir einfallen. Dann kriegst du die Speisekarte und dann liest du die Speisekarte. Ich erzähle das jetzt nicht nochmal, einfach Holophilin studieren, der hundertprozentig sichere Beweis in der bewussten Selbstbeobachtung, dass du dir noch niemals, hast du selbst bestimmt, was du dir zum Essen bestätzt. Du müsstest nur dich sehr genau beobachten, was in dir abläuft und du wirst feststellen, das hat was mit Gefühlen zu tun, die in dir auftauchen. Dass du plötzlich, wenn du mit einer Information, mit einem Reizauslöser konfrontiert wirst, dass du zuerst einmal mit Gedanken reagierst, mit Worten, die du hörst, aber da bauen sich auch kleine Gefühle auf. Und diese Gefühle steuern dich maßgeblich. Das heißt, wenn du die Worte auf der Speisekarte jetzt ziehst, du träumst, du hast die Speisekarte in der Hand, das sind ja deine Informationen. Die Speisekarte in einer gewissen Entfernung vor dir, ist das dann mal real auf deiner Verabrede, aber es ist trotzdem deine Information. Und jetzt sind da Worte und du schaust die Worte an und aufgrund der Worte, die du dann wahrscheinlich im Kopf sprigst, aussprigst mit deiner Gedankenstimme, bauen sich Vorstellungen auf. Schnitzelsalat, Pizza, Schweinebraten, Schäuferle. Und du wirst jetzt feststellen, dass dann Gefühle dabei sind von Zuneigung und Ablehnung. Und du wirst mit hundertprozentiger Sicherheit das bestellen, wo du die meiste Zuneigung empfunden hast. Aber ob das so oder so ist, suchst du dir nicht raus. Das heißt, du kannst jetzt im selben Lokal zu einem anderen Zeitpunkt, aber immer jetzt, das ist wie wenn du umblätterst, ich sage auf einer anderen Seite, kannst du dieselbe Speisekarte lesen und bei einem komplett anderen Gericht ein gutes Gefühl haben, dann wirst du das bestellen. Und genauso ist es mit den Namen. Du wirst jetzt rätseln und dann werden dir Namen einfallen. Und dann wirst du irgendwann einmal deinem Kind den Namen geben, wo du ihn so mit der Eigenschaften meint hast, das passt dem Kind am besten. Aber du selber als Ausführender, als ausgedachte Figur hast du doch überhaupt keinen Einfluss drauf. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Das ist wie ich, spitze ich das alles in den Mittelpunkt ab. Christliche Name, der Vorname. Weil Nomen ist Omen. Ihr kennt diesen Satz. Der Name ist immer ein Vorzeichen. Der Name ist immer ein Vorzeichen. Das hebräische Wort für Zeichen ist übrigens out. Ich spreche es nochmal so aus. Blau gelesen ist einfach die Schöpfung einer aufgespannten Erscheinung. Und das nennt sich Zeichen. Übrigens auch das hebräische Wort für einen Buchstaben. Interessant, wenn man ins Griechische geht, dann sind das nämlich Schöpfungsmächte. Und hoffentlich schwingt mit deinem Namen ein gutes Vorzeichen. Das ist doch das Problem. Gut und schlecht gibt es sowieso nicht. Hoffentlich schwingt bloß der Berg von der Welle und nicht das Tal. Jetzt wird es aber spaßig. Wohlgemerkt, es geht hier. Er trainiert Führungskräfte. Vor zwei Tagen in der Presse. Welche Namen sind eigentlich im Handelsregister Wohlgemerkt-Firmen, Chefs und so? Besonders häufig zu finden. Vornamen. Wie heißen Vorstände, Geschäftsführer, Inhaber eigentlich in ungewöhnlicher Häufung? Platz eins, Michael. Das ist das hebräische Wort, das heißt, wer ist wie Gott. Ja, ist wie Gott, ja. Der Chef, der Boss, das ist blau, der Michael. Natürlich jetzt blau ausgedachte Michael. Ja, ja. Es baut komplett auf, du bist ein Michael. Auch wenn du nicht so heißt. Ja. Was heißt der Name? Was heißt der Name, Michael? Siehste, sollte man schon wissen. Der ist wie Gott, heißt das. Der ist wie Gott. Platz zwei. Wir schauen uns das mal genauer an. Das ist jetzt auf hebräisch geschrieben. Interessant ist, hat man im letzten Selbstgespräch, das ist ein Fragepartikel, das heißt nicht nur wo, sondern auch wer, wo, was, wie, aber der eigentliche Fragepartikel ist MH. Das ist was, irgendwas, was, wieso, welches, wer, wie, was. Das ist das klassische Fragepartikel, wer oder was. Das ist jetzt sehr blau. Das MI ist im Prinzip dasselbe Fragepartikel, aber in rhetorischen Fragen. Wenn, was, wem, warum, was. Die rhetorische Frage bin ich eingang. Eine rhetorische Frage ist eine Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, weil die Frage eigentlich schon die Antwort beinhaltet. Wer denkt sich das jetzt aus? Ich oder du? Ja. Jetzt pass auf, jetzt können wir springen. An was denkst du bei dem Wort ich? Ich denke bei dem Wort ich an das Wort Udo. Doch, da ist nochmal ein Ich. Das denkt an den Siegfried. Nee, die Helga. Ach, dann haben wir nochmal ein Ich. Da ist jetzt eine Nadja da. Bei meinem ersten Vortrag in Almänner, den ich öffentlich gehalten habe, hier und jetzt ausgedacht vor über 22, 23 Jahren. Da waren die ersten Sätze, wie nennst du dich? Deutig auf einen im Saal, wieder auf einen im Saal. Ich, 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 ich. Jeder nennt sich Ich. Hey, wir sind ja alle Ich, aber irgendwie sind wir verschiedene Ichs. Aber Ich, denk euch doch alle aus. Dann muss dieses Ich doch ein anderes Ich sein, wie ein ausgedachtes Ich. Denk ich oder du uns jetzt aus. Keiner von beiden, weil du bei dem Ich an was ausgedacht ist, denkst nämlich an deinen Körper und bei dem Du denkst an den anderen Körper, den du dir ausdenkst. Ich erzähle es denen, der uns zwei jetzt ausdenkt. Jetzt wirst du feststellen, dass das Ich und das U da aus Speus, je nachdem, wer du zu sein glaubst. Es kann sein, dass du ich, bei ich, eben an den denkst, der jetzt vor dem Computer sitzt und das Du ist jetzt der Udo, den du angeblich zuhörst, den du dir genauso ausdenkst. Oder ich bin jetzt der Udo und ich denke mir jetzt an einen aus, der vom Computer sitzt und der sich das Video anhört. Das ist alles blau. Und dann haben wir hier ganz einfach den L. Das ist das Nichts. Das ist Du, der du uns ausdenkst. Du bist nichts. Das ist Gott. Das ist der Mächtige. Da steckt übrigens schon dieses Macht, ein ganz interessantes Wort. Das kommt von der Acht, der weiblichen Eins. Das hast du nicht mehr in den Schrecken versetzt. Jetzt denk wieder an das Video. Das hast du jetzt noch nicht. Das ist hier in dem Update ganz definitiv. Jeder hat recht, aber nur ein wenig. Und so ein Erik, diese Halbkugel, die sich aufspannt. Der ehre ich. Das heißt auch nichts. Und aus diesem Nichts kommt das alles heraus. Und das M als Vorsicht, wie heißt der von, im Hebräischen, und dann kriegst du M-A-L und das hast du von Gott. Ganz normal. Von Gott, aus dem Gott heraus. Das heißt eigentlich aus dem Nichts. Weil Al ist das dann mal nichts. Das ist diese absolute Implosion. Kreazur ex nihilo. Das sind die Michaels. Rot gelesen. Dieses Mal, dieses von Gott heißt, das Meer ist der Schöpfer, das ist das rote Licht. Die Lampe im Projekt, oder die niemals flackert, gleichgültig, welcher Film abgestillt wird. Thomas ist der Zwilling, das zweite. Der biblische Thomas, das ist was du merken, wenn man etymologisch geht. Vorstände heißen Thomas. Zwilling beginnt schon wieder mit Zwie. Zwie, zwei. Wir sind zwei. Das ist JCH und ICH. Wir sind Zwillingsbrüder. Platz drei, Andreas. Platz vier, Platz vier, Peter. Peter, die erste Geburt. Peter, die erste. Wieso? Das macht alles einen extremen Sinn. Das hat natürlich jetzt in deiner Sache hat das normalerweise nichts zu tun. Das ist das Mal auslegen, deuten, lösen von Problemen, lösen eines Rätsels. Da habe ich jetzt nur PDR hingeschrieben. Das ist die absolute Weisheit. Dieser, der die Probleme löst, der alles auslegt, setzt da ein A und ein E rein, dann hast du den Pader. Und der Pader ist der lateinische Vater. Aber die erste Geburt, die ich mir jetzt ausdenke als Vater, die Patrice, der Bader, da steckt das mit drin, das ist der Peter, wir haben nämlich zwei verschiedene P, wir können ein T reinsetzen, das ist jetzt der Spiegel, der ausgedachte Reihe. Die Beginn der Eröffnung, die Erstgeburt. Der Vater denkt sich einen Sohn. Wie war das nochmal? Mit J ist I, Entschuldigung, I ist der neunte Buchstabe, die Spiegelung, und J ist der zehnte Buchstabe. Jetzt hast du hier diese Erstgeburt, die ich befreie, eine Freilassung, ich kündige dir eine Freilassung an, aus deinem Körper. Du musst mir bloß vertrauen. Alles, was der Vater im Original Pader, Pader, Erstgeburt, kann ich auch mit einem T lesen. Siehst du das? Dieses Pader mit einem, jetzt habe ich diesen Spiegel, die ihre Matrix durchbricht. Das ist übrigens hier Exodus der Herausgang, 13, 2, die 13 ist, Hebräische von 13 ist, Eckart ist die Liebe und die 1, aus der werden 2. 2 Rode, da wird es genau beschrieben, das bin ich und ich, wir zwei. Das ist mein, alles, jede Erstgeburt. Du bist eine meiner Erstgeburten, ich hole dich wieder zurück, du gehörst mir. Nicht der Welt, da außen. Hat einen Grund. Den Grund haben wir halt schon gehabt. Heute, jetzt muss ich ganz kurz chronologisch sagen, ich spreche jetzt wieder gezielt mit Geistesfunk, mit Programmen. Ich habe, ich habe hier einen Geist, in zwei verschiedenen Personen, nämlich Siegfried und Helga, ein Selbstgespräch aufgenommen, das das heutige Update ist. Jeder hat recht, aber nur ein wenig. Und das legen wir jetzt noch nach, kann man aber nicht der großen Masse zugänglich machen, die sowieso nicht mitkriegt, weil dieses Video mit Sicherheit gesperrt wird, wenn wir das jetzt reinstellen. Leider taucht der erste Frauenname erst auf Platz 62 auf. Sabine. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Geschichte, aber ich will jetzt, dass wir weiterkommen, ob mich nicht auffällt. Müsste ich jetzt echt nachgucken. Also, die Bedeutung des Namens ist ungeheuer wichtig. Dieter zum Beispiel heißt Herrscher des Volkes. Warum stehe ich wohl hier und ihr sitzt da? Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. Ganz wichtig, google mal deinen Namen. Welche Schwingung geht mit meinem Namen einher? Und seit Kindesbeinen wirst du so gerufen und damit strahlst du diese Schwingung auch aus. Nochmal, es geht nicht um gut, schlecht. Aber das sind die Karten, die du in diesem Leben ausspielen kannst. Man kann nicht alle Karten ausspielen. Was? Manche nennen es Karma. Manche nennen es Geworfenheit. Manche nennen es Begabung. Welche Gaben habe ich denn überhaupt bekommen, in dieses Leben einzutreten? Wie viel Trumpfasse? Wie viele Buben sind dabei? Wie viele Könige? Das ist nicht bei allen Menschen gleich. Es ist schlichtweg und einfach. Keiner hat sich sein Programm rausgesucht, seinen Schwamminhalt. Was aber hier das große Problem ist, dass es ist, erfolgreich zu werden und ein Führer zu werden. Und ich sage dir jetzt als Christus, die Kleinsten werden die Größten sein und die Größten werden die Kleinsten werden. Das Kleinste beginnt mit KL. Alles ist nichts. Die Ganzheit, die Gesamtheit, das ist Kol, Ain, ist nicht existierend. Die Ganzheit, die Gesamtheit, alles ist nichts. Ist nichts. Und das ist E Quadrat. Das ist der Schöpfer, der vor dem Berosche, da über meinen Kopf, vor dem Berosche, die zwei Seiten, ein J und ein gespiegeltes J. Das ist übrigens hier, ich spring da mal ganz, ganz kurz. Das ist jetzt relativ gleich, wir schauen uns mal hebräische Zeichen an und da wirst du merken, wie viel hier die Zeichen, die Nikodotea, Buchstaben des Lichts. Das ist jetzt eine jüdische Seite. Letters, die Buchstaben des Lichts. Da wird es genau beschrieben, wenn du das jetzt hier, wenn wir dir mal aufmachen, da muss ich sagen, es ist teilweise sehr, sehr fehlerhaft. Es ist einseitig ausgelegt. Das ist so, wie Juden ihre Traditionen, alle hier missachtet, diese Traditionen. Der Ivri, der klassische Ivri, der hier, da wird von Devilim gesprochen. Du wirst als erstes zum Beispiel merken, da geht jetzt, schöne Geschichten, schön zu lesen, hier über dieses Zeichen, aber wir gehen nochmal, da wird jedes Zeichen, was ist das alles? Und da ist, wenn es nur eine zufällige Anrundung von Federstrichen wäre, welche entworfen, würde, um den Leser bei dem Laut A hilfreich zur Seite zu stehen, würde diese Frage irrelevant sein. Ich gehe übrigens auf diese Seite gezielt ein in irgendwelche alte Fiedenstahlvorträge. Das sind zwei größere Fiedenstahlvorträge, einer der ersten längeren Vorträge, wo die Helga damals organisiert hat. Da gehe ich genau auf diese Seite genauer ein, was da drin steht. Und jetzt ist es so, dass also hier diese Erklärungen ein Juden, wir schauen ganz kurz hin, aber hebräisch ist anders. Das Design eines Alles ist tatsächlich eine Verbindung von drei verschiedenen Buchstaben. Der Buchstabe Jud, das ist jetzt, viele nennen das auch J, oder ein Punkt oben und ein Punkt unten und ein Diagonal ist. Unser Diagonal, denken wir da an diese Dreieck, die halbe Seite von dem Eins-Quadrat, mit einem Diagone, wo die Ecke, wo die Kante auseinandergeschmissen wird, Hüben drei und drüben drei. Als unterschiedliche Linie. Das habe ich so oft erklärt. Das musst du als eine Sechs lesen, dann hast du hier eine kleine Zehn, einen Punkt heißt es und einen gespiegelnden Punkt unten. Und das Ganze nennt sich hier, diese Auslegung ist, wenn wir das jetzt zusammenzählen, Zehn plus Zehn minus Zehn, sechs, sechs, A20 hast du schon J, H, W, H. Das geht noch viel, viel tiefer und ich betone immer wieder, das sind keine Zufälle. Jetzt wäre das Ganze dort, das ist natürlich ohne, das ist ein lautloses Zeichen, muss man das fokalisieren und es wird bei vielen Zeichen, hier zum Beispiel die 70 ist total falsch erklärt, die Führerschaft, das wenn ich jetzt nämlich anschaue, habe ich ein kleines Seilin mit einem Waff rechts stehend und da geht jetzt immer in den Buchstaben, der sechste in den Buchstaben ist das Aleph-Base und jetzt hast du schon das Problem, wo ich gesagt habe, das hier, das heißt Bet, das Aleph-Haus, dieses Base, das steht im Original, wenn wir das in den Bereitsschutzschreiben, steht jetzt Bet, weil die große Schwierigkeit dabei ist, dass das Zeug fokalisiert wird und dann verschiebt sich das, das sind die Fokalisationszeichen und diese Fokalisationszeichen, das Schwad, das Sekol, das ist ein System, die Bündchen drumherum entheiligen das Ganze. Aber jetzt sind wir wieder in einem Bereich, ich wollte auch weitermachen, es gibt bei jeder Kleinigkeit unendlich viel Zock sein. Und deshalb dürfen wir uns auch nicht über unsere Talente hinaus bewegen. Wenn dir das nicht gegeben ist, dies und das Talent, dann kannst du da Seminare besuchen ohne Ende, das wird nie was. Wenn du kein Führer für einen Führer geboren bist, dann wirst du nie ein Führer werden und wenn du nicht singen kannst, kannst du nicht singen. Das alte Beispiel, jeder Mensch kann Klavierspielen lernen, so denken wir uns das jetzt aus, aber ob du ein wirklicher Meister bist, hängt davon ab, ob das in deiner Veranlagung drin ist und dann kommt auch unendlich viel Fleiß dazu. Und mit Kaufmannsdenken, da kannst du so viel wollen, wie du willst, wenn du nicht singen kannst, kannst du nicht singen. Ja, darum ist Selbstehrlichkeit schon ein ganz, ganz wichtiges Moment. Zum Glück zwingt uns das Schicksal, Schicken ist klar, Salus heißt Heil, wir werden zum Heil geschickt, durch viele Schicksalsschläge irgendwann auf unserem Weg, den möglichst... Ein Golfbeispiel. Wenn du einfach dein Leben lebst, so wie du es leben sollst, dann geht es ja relativ schmerzlos, dass wir das Hone in Wand schaffen oder mit Part 3 oder P4, je nachdem, wie groß dein Leben abgesteckt ist und wenn du meinst, du müsstest nicht auf meine göttlichen Lebensregeln hören, dann muss ich halt öfter auf dich draufschlagen, bis ich dich nach Hause bringe. Rechtzeitig zu finden, ist sehr wichtig. Falschen Träumen nachzulaufen, hochgefährlich. Also es beginnt schon mit dem Namen, das wollte ich noch ergänzen, auch bei Einstellungen von Mitarbeitern, schau auf den Namen. Weil das sagt dir auch enorm viel über diesen Menschen. 90% aller, die ich erlebe im Seminar, im Coaching, wissen überhaupt nicht, was ihr Namen bedeutet. Also nicht, ja, da gab es mal einen heiligen Markus. Nein, darum geht es nicht, sondern wofür steht Markus? Das Mars-Prinzip ist da drin. Vielen Dank. Aber sehr esoterisch, das ist hochinteressant, nein, er ist nur extrem belesen. Das ist all das Zeug, er packt das schön in eine schöne Packung rein, aber auch hier dasselbe, was ich sage, ob das tolle Deberwein, all diese ganzen Gurus hier von Jetzt TV, egal was die dir erzählen, wenn einer mit einer absoluten Brutalität darauf hinweist, dass du nichts bist, es gibt ganz, ganz wenige, ich sage wieder mein Karl Renz, der spielt mit den Idioten und lässt es über sich ergehen, wie es im tiefsten Inneren funktioniert, die Programmtechnik selber weiß auch er nicht, er weiß aber mit Sicherheit, das habe ich so oft gesagt, wenn du genau zuhörst, weißt du, er weiß, was er ist und was seine Gedanken sind. Das weiß er nicht. Absolut. Ich rede immer von Programmen. Er ist ein Gedanke, Gedanken werden es nie verstehen, das muss bei dir jeden Moment absolut bewusst da sein, dass egal an wen du jetzt denkst, dass das einfach nur eine momentane Form von dir selbst ist. Darum Holofilling heißt das Gefühl, alles zu sein. Jeder Gedanke, jede Form, die du annimmst, ist eine kleine Facette aus der Datei, die du letzten Endes bist. Aber du bist auch nicht diese Datei, sondern der Geist, der Computer, der in Verbindung mit dieser Datei ständig seine Informationen verändert. Und was du denken kannst und auch sinnlich wahrgenommen auf der Verabrede aufbaust, steht und fällt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und momentan hast du dieses Prinzip zu durchschauen. zu tun und, und, und. So. Also, unser Ego, unser Ich leiten wir also aus solchen Dingen ab, wie, dann kommt noch das Hobby dazu, Bayern München-Fan, CSU-Wähler, Bergsteiger, Biertrinker und so weiter. Du kategorisierst dich jetzt, das ist eine Kollektion, wo du ganz, ganz genau jetzt auch sagst, wenn du an den jetzigen Körper denkst, der Körper bin ich, dann kannst du in ihre Körper jetzt denken, die war ich ja mal. Und dann denkst du wieder an andere Körper, wo du sagst, das bin ich nicht, das ist ein anderer. Aber es ist gleichgültig, ob du jetzt an irgendeinen deiner jüngeren Körper denkst oder an andere Körper denkst. Es ist einfach hier und jetzt ein Gedanke, den du jetzt verschaffst, damit den nächsten Gedanken wieder zerstört wird. Wo ist dein Problem? Warum willst du das nicht wahrhaben? Dieser absolute Verlust von allem, was du dir denkst, ist die Vereinigung von allem, was in dir drin ist. Ich sage immer wieder, sobald du dir was ausdenkst, hast du es aus dem Bewusstsein verloren, solange dir nicht bewusst ist, dass das von dir ausgedachte, vorgestellte, irgendwo hingedachte, hier und jetzt in dir drin ist. Du magst nur etwas Unsichtbares, das immer da ist, zu einer hier und jetzt auftauchenden Gedankenwelt, die jetzt hier und jetzt in dir da ist als Information. Das war jetzt übrigens ein sehr schöner Satz. Was haben so oder ähnlich, würde jeder von uns sich in der Regel vorstellen? Was stellst du dir vor? Du musst wissen, alles, was du dir vorstellst, ist in dir drin. Das sind deine Informationen. Soll ich nochmal sagen, du erlebst nur deine selbst erschaffenen Informationen. Das erlebt kein anderer. Und all das, was du dir in die Kisten, in die Köpfe der anderen reindenkst, da ist das drin, was du dir denkst. Mein Beispiel mit der Kiste. Der weiß ja so viel. Der ist ja so erfolgreich. Wer? Wer ist er? Wer ist? Schau doch mal genau hin. Cut. Schau, was jetzt da ist. Ein Monitor. Lämmchen. Ja. Ach, der ist doch da außen. Den gibt es nicht. Ich kann doch auf einen Lehrgang gehen. Kannst du machen. Du kannst den realisieren. Wie oft soll ich dir noch sagen, alles, wo dein tiefster Glaube sagt, das, was ich jetzt denke, zum Beispiel ein Dieter Lange existiert, unabhängig von mir da außen, kann ich mit einer gewissen Mühe, dann recherchiere ich im Internet hier und jetzt Internetzeiten, wo der den nächsten Vortrag hält, melde mich vielleicht an, setze mich ins Auto. Was passiert, wenn du tauschst nur Bilder, nur Informationen aus, fährst da hin und dann wird er auf deine Verabrede auftauchen und kannst in die Hand gehen. Solange du glaubst, der existiert da außen noch. Wenn du jetzt liest, der ist vor zwei Jahren gestorben, dann wird das nicht mehr funktionieren, weil dann weißt du, der ist noch mal da außen und dein Programm macht es dir nicht mehr möglich, dass du den auf die Feuerbrille holst. Nun kannst du auch keinen Jesus realisieren. Einen roten UB sowieso nicht. Der blaue Jesus ist eine Figur, die vor 2000 Jahren gelebt hat. Wobei dieser Jesus der UB ist, ich bin eins mit dem Vorder. Du kannst dir aber einen blauen UB realisieren und den in den Arm nehmen, aber es bleibt trotzdem bloß ein Gedanke, den du dir denkst. Ja, so ist es. Absolut. Sag mal, wer bist du? Den Beruf fügen wir nach vorne. Die Frage, wer bist du? Rot gelesen. Wie doppelt aufgespernt ist er? Du bist wir. Der vom Bücherregal und ich als der vom Bücherregal, der jetzt liest und sich mit dem Brüssel verwechselt, der jetzt vom Computer sitzt. Was haben all diese blauen Striche gemeinsam? Die blauen Striche. Ein SDR-Ich. Ein verstecktes Ich. Ein geheimnisvolles oder ein widerlegtes. Ich wiederhole immer dieselben. Es sind so ganz kleine Grundelemente. Rot gelesen. Es ist das Geheimnis. Die Heim, Heimlichkeit. Geh endlich heim. Geh wieder heim. Es ist aber auch das im Widerspruch stehen. Das Widerlegte. Du widerlegst. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann stellst du dir was vor. Das sind die blauen Striche. SDR-Ich. Da haben wir übrigens dann das Rich mit drin. Den Geruch, den hat man heute schon. Du, F. Duft. Du, F. T. F. 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 Ist der Bissen. Wenn ich sage, das hat man heute schon. Wir haben immer alles bloß heute. Das ist das heutige Selbstgespräch. Da gehe ich da drauf ein. B ist gleich W. Schau. Das B unten hinschauen ist auch W und V. Das heißt Wissen. Jeder Bissen ist dein Wissen, ist ein Bissen vom heiligen Ganzen. Passiert in den Angel. Das ist die Fulva. Die weibliche Scheide. Die Frau. Die Logik trennt das. Passiert aber das besondere B-Rot. Im Roten. Das ist das Brot. Rot ist der Adam im Nichts. Im Nichts ist dieser Bissen ein Wissen von unendlich vielen. Wir sind damit identifiziert. Wir glauben allen Ernstes, das bin ich. Leider völlig falsch. Punkt. Solange du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst, lebst du in der Höhe und versuchst, den Gedanken am Leben so halten, was dir nie gelingen wird, weil jeder Gedanke, den du jetzt denkst, denk jetzt an dich, wird mit den nächsten Gedanken wieder zerstört. Und du immer wieder wiederholst. Du lässt die Toten ihre Toten begraben. Niemand im Raum ist Deutscher. Du hast einen deutschen Pass, aber du bist doch nicht, was du hast. Du hast einen deutschen Pass, aber du bist kein Deutscher. Sowas gibt es überhaupt nicht. Es gibt keine Deutschen. Wenn du am Bodenseeufer stehst und da schwirrt eine Meise rum und am deutschen, österreichischen Ufer rufst du deinem Kumpel doch auch nicht zu. Guck mal, kommt eine Schweizer Meise geflogen. Dann macht er nur so. Niemand hier im Raum ist Katholik. Dazu hat man dich als kleines Kind gemerkt. Niemand ist Jude. Das geht noch. Niemand ist ein, niemand hier im Raum ist Katholik. Das ist schon wieder das Problem. Er redet zu Bröseln. Würde ich nie machen. Ich rede bloß zu dem, der mich ausdenkt. Ich rede doch nicht. Ich unterhalte mich doch nicht mit Gedanken von mir. Was will ich Ihren Gedanken von mir erklären? Dass er Depp ist? Dass er bloß deshalb ist, weil ich ihm denke? Sätze für das Wort Gedanke, Information? Kann er sinnlich wahrgenommener Mensch sein, auf meiner Verabrede? Mach, du konntest dich nicht dagegen wehren. Das war ein anderer Waschvorgang. Du konntest noch nicht mal Nein sagen. Du hast einfach nur geplärrt. Und jetzt steht Katholik in deinem Taufschein. Achte bitte immer auf die deutsche Sprache. Sie ist sehr präzise. Scheint so. Das ist nur der Schein. Und selbst als man dich irgendwann im Glaubensbekenntnis mal gefragt hat, ob du weiter Katholik sein willst, geschickterweise findet diese Veranstaltung unter Firmen und Konfirmationen in der Pubertätsstaat. Da ist hier oben wegen Umbau geschlossen. Da hast du dich nicht getraut zu sagen, bei dem Club bin ich schon mal nicht mehr dabei. Also das streichen wir schon mal nicht mehr aus meiner Akte. Auch wenn du nach Amerika auswanderst, bekommst du einen amerikanischen Pass. Macht dich das zum Amerikaner? Natürlich nicht. Einfach nur ein neues Etikett. Das Drama ist nur, wenn Menschen allen Ernstes glauben, das bin ich. Nein, das bist du nicht. Du kannst das Spiel Unternehmer spielen, aber die große Frage lautet, bist du ein Unternehmer? Viele wirfen das locker zusammen. Ich bin Unternehmer. Da bin ich aber gar nicht so sicher. Du spielst aber das Spiel. Ob du das bist, ist noch sehr die Frage. Das ist das, was ich die Rolle nenne. Der, der sich das ausdenkt, der das erlebt in seinem eigenen Kopfkino, ist was ganz was anderes. Davon weiß er nichts. Da hat er genauso viel gelesen, wie ein Depperwein oder sonst was. Sonst würde er darauf hinweisen. Er spricht immer noch zu Personen. Ich kann immer nur sagen, der erste große Unterschied bei Holofeeling ist, dass ich nicht mit irgendwas existierenden, vergänglichen spreche, nicht mit existierenden Affen, sondern ich rede mit Geist. Ich erkläre dir, was du bist. Und da ist nur einer. Rot gelesen, ein träumender Geist. Und er lebt in seinem eigenen Trauma. Das Trauma ist das medizinische Begriff für eine Wunde. Da kommt das Wort Wunder her. Das hast du übrigens dann, wenn wir tiefer gehen in die Sanskrit-Mythologie, hast du eine Beule schlagen, einen Wellenberg aufwerfen, und dann kriegst du eine Verletzung. Das kann ich jetzt, das klingt schon wieder so negativ, das hat aber nichts mit negativ zu tun, weil etwas, was negativ ist, auch positiv. Das ist dann hier ganz, ganz gezielt. Da kriegst du dann, Barry, wir haben wieder das linksum vom Schiffe, das Schiff Schie, das Geschenk von zwei Facetten. Schie ist das Geschenk auf Hebräisch, da kann man einen aussetzen, dann kriegst du einen Affe. Und das Schiff selber ist Ani im Hebräischen, und Ani ist mal das blaue Licht, das ist dein blaues Licht, das heißt auch Schiff, Ania. Die Schöpfung einer Existenz, die rein intellektuell in dir abläuft. Ich bin ein Schiff, ein Geschenk von zwei Facetten. Momentan bin ich eigentlich bloß eine Grundwelle. Dort beginnt die Vordersprache, erklärt ihr das in einem Klartext. Was ein Unternehmer ist, dazu kommen wir noch. Viele glauben, das zu sein. Es ist nicht der Sinn des Lebens, Unternehmer zu werden, reich oder Katholik zu werden. Das Sinn des Lebens in dem Leben ist, schlichtweg zu lernen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind, dass du ein Gott bist. Und du hast von nichts und niemandem Angst, sondern wenn du weißt, was du bist, hast du keine Angst. Und solange du noch von irgendwas Angst hast, entweder das dir was passieren könnte, das Tier wird sowieso vernichtet, spätestens wenn du es nicht denkst. Und weil du meinst, du brauchst es, wiederholst du das. Du wiederholst es. Wahrlich, ich sage dir, ein Dach ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre sind wie ein Dach. Du wirst es bis in alle Ewigkeit wiederholen. Bist du bereit bist, dich eines Geistreicheren zu be- S, innen. Bewusstsein ist innen. Das Etikett anheften, aber sie sind es nicht. Die meisten glauben aber, ich nehme es schon mal vorweg, et ist übrigens die Zeit, KI, eine zeitliche KI, Etikett. Lebt in der Zeit. Ich muss etwas tun, dann werde ich was haben, und dann werde ich jemand sein. Du musst da sein. Was musst du tun, um zu träumen? Das passiert. Da musst du gar nichts tun. Du musst ein Adam sein, der einfach still und schweigsam da liegt und schaut, was in ihm für einen Film läuft. Was kann einer im Zuschauer, im Kino machen, in Bezug auf einen Film? Er kann ihn sich anschauen. Aber das Problem ist, wenn man jetzt ein ausgedachter Zuschauer ist, jetzt wertet man ständig jedes einzelne Bild in richtig, verkehrt, gut, böse. Jede Facette auf dem Bild, wirst du mit gewissen Figuren, illusionären Figuren auf der Leinwand sympathisieren, andere wirst du zu hassen anfangen. Und der eigentliche Beobachter, das ist jetzt ein ausgedachter Beobachter, das ist der Beobachter, von dem ein Depperwein und eine Tolle spricht. Der eigentliche Beobachter ist der, der noch eine Stufe weiter hin ist und in die Köpfe der Zuschauer reinschauen, wie ein und dasselbe Bild mit jedem einzelnen Kopf, mit jedem Intellekt anders bewertet wird. Das ist der eigentliche Rot, der rote Zuschauer, das ist der Adam, das ist der Schweizer. Nochmal, der Adam ist Denker und Ausgedachtes. Wir haben jetzt einen Zuschauer, einen ausgedachten Denker, der sich einen Film anschaut, den er sich ausdenkt, ständig wechseln die Bilder. Aber wir haben jetzt, der eigentliche Adam ist die Syntese zwischen Denker und Ausgedachtes, das ist der eine Geist, der sich in diese zwei Hälften aufspaltet. Also, ich muss was tun, Speaker-Ausbildung. Dann habe ich das Renommee, Speaker zu sein, eine Website und, und, und. Und jetzt bin ich Speaker. Leider falsch. Leider völlig falsch. Ich muss Farbe kaufen, dann habe ich, oder eine Leinwand haben, dann kann ich malen und dann bin ich Maler. Mein Pinselbeispiel. Meinst du, dass das super ist, dass das jetzt in dir auftaucht? Mit Maler? Du wirst irgendwann wirklich begreifen, wenn ich sage, das Wissen an der Menschheit ist für mich eine Schimmelpitzkolonie, dieses kleine Übungen hier, einem Zeugling beizubringen, die ersten Laudien Sprache eben zu vornen. Diese Reihenfolge haben wir als Kinder gelernt. Erst musst du was haben, Ausbildung, gute Noten, Kenntnis. Das nächste Problem, du hast in der Vergangenheit nie was gelernt. Du bist der Computer und du kriegst das Programm auf einmal und du rastest es jetzt. In einer gewissen Art unbewusst chronologisch durch, obwohl in der Transfersaison alles, was prinzipiell auftaucht, jetzt im Arbeitsspeichel ist und jedes Bild, das du jetzt rausspiegelst, taucht hier und jetzt in dir auf. Mit einem Nacheinander, was übrigens ganz interessant ist, dass diese Bewegung eine Illusion ist. Du beginnst mit Enject, da ist eine seiende oder existierende Kollektion. Das kann man, diese Kollektion, das ist nach, ist das hebräische Wort, das ist übrigens Noah. Noah schreibt sich nur Enject. Desastruhen, der ist absolut ruhend, absolut unbewegt. Und dann kommt AIN, da können wir jetzt zum Beispiel dieses AIN machen, das ist ein ruhendes, nicht existierendes, nicht vorhanden sein, nicht vor dir, das Nichts kann nicht vor dir sein. Wir können das AIN aber mit der 70 schreiben und dann kriegst du einen Augenblick. Das Aussehen, das Hinaussehen, dann haben wir einen Ruhenden, der da sitzt und er schaut aus sich hinaus. AIN und das AIN, die haben wir gerade schon gehabt und schaut, was in ihm auftaucht, in einem ständigen Hut steht und fürchtlich sich die Bilder austauschen. Nach AIN, AIN, und das ist das, was in dir erweckt wird, das heißt nacheinander. Fragen? Dann kannst du das und das tun oder wirst mal jemand sein? Dann bist du was. Leider völlig falsch, weil genau umgekehrt. Du musst Maler sein, von deiner ganzen Grund... Hebräisch hat er mit dem Deutschen überhaupt nichts zu tun. Mal, aus Gott, von Gott erweckt, er aufgeweckt, von Gott aufgewackt, aus Gott wach geworden und du erweckst alles aus Gott. Das ist Maler. Du musst ein Maler sein. rot gelesen, absolutes Bewusstsein, Bewusstsein, AIN ist nicht existiert. Und Haltung her. Dann kannst du malen und dann wirst du tollen Erfolg haben. Um Erfolg geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass alles gemalt, der ein Dasein müssen ist, wie alles ausgedacht, die geträumt, die einfach ein Dasein müssen, so wie es geträumt wird. Kann ich jetzt behaupten, dass es nicht stimmt, was er sagt? Was ich behaupte, ist, dass solange du normal einseitig, materialistisch, logisch das auslegst, nützt dir das Zeug überhaupt nichts. Erst mit Holopheling macht es einen wirklich geistreichen Sinn. Die meisten beginnen genau falsch rum. Das muss, Unternehmer musst du sein, von deiner ganzen Grundhaltung her. Das ist ja das große Drama bei Erben. Ja? Die haben ein Unternehmen geerbt und behaupten jetzt, sie sind Unternehmer. Nein, das bist du nicht. Du hast dein Unternehmen geerbt. Erben ist einfach nur ein erwecktes Polar der Existenz. Dein Vater, der es aufgebaut hat, Gründer, sind Unternehmer. Wir sind das nicht. Es ist völlig okay, diese Rollen zu spielen. Der Schauspieler spielt Romeo und Julia auf der Bühne. Eins weiß er genau, er ist nicht Romeo und sie ist nicht Julia. Das Drama, dieser Identität... Wir spielen den Udo Petscher, den Siegfried, die Helga und tausend andere Brösel und auch den, der jetzt vor dem Computer sitzt. Wir sind aber nur zwei. Das ist der vom Bücherregal und der eine diese Rolle jetzt erlebt, weil er ganz gezielt ein Programm in seinen Arbeitsspeicher hat. In dem Computer, der er selbst ist. Und alle anderen Bücher, alle anderen Programme sind auf der Festplatte beziehungsweise im Internet. Das musst du dir jetzt eins denken. Das kann man sehr fein stufen. Die Investigation ist, dass wir jetzt der Rolle gemäß uns auch noch verhalten und benehmen. Und damit verlierst du dich selbst immer mehr aus den Augen. Das ist immer die schöne Sache mit der Rolle. Das, wo ich immer wieder hinweise, dieses Evolution und Revolution. Exfolio heißt herausrollen und Evolution heißt hineinrollen. Das ist aber ein Vorgang. Sobald eine neue Welle in dir herausrollt, wird die Revolution Reh-Volfere heißt rollt die bestehende zurück. Und im Einheitskreis sind es nur Blickwinkel. Und das Volumen, da ist das Licht schon drin. Da kommt Volfer, da kommt das rollende Licht. Darum heißt es, dieses Volumen hat nichts mit Raum zu tun, hat tausendmal mehr zu tun mit einem Traum wie mit einem Raum. Volfer, rollen, das Lumen, das ist die Buchrolle, die Dora ist eigentlich gerollt. Das ist ursprünglich ein gewisses Volumen, aber es ist viel interessanter, das heißt, wie in einem Spiegelbewusstsein entsteht eine Krümmung. Wir sind wieder bei unserer Kamera Obscura. Und das ist eine Wind, Wind hebräisch ist Ruch. Die vier Weltgegenden, UNG, sind aufgespannte Existenzen in einem Geist. Und wir sind in Gott, im Nichts. Das ist der Wirbel. Das dritte Auge, das Zyklo. Und alles andere sind die Wellen. WL, Welt, hochgehobener, polarer Rand. Baut übrigens dann wieder in die Volumina. All diese, ein ständiger Wechsel. Große Bände menschlicher Schicksale. Die, Ross, ist Jesus, Ross ist Susaf, hebräisch, ist E-Quadrat. Warum stecken wir in diesem Denk-Container fest? Warum es die Ecken wie in diesen, weil du immer nur kleine Facette in kleinen Ecken reinschaust, aber das Ganze dich nicht interessiert. Das heilige Ganze. Ein Satz, den ich tausende Male wiederhole. Was ist das Verbindeparameter für alles, was du dir ausdeckst? Das Kängur in Australien, die Neandertal, in der Steinzeit und der Eiffeltum in Paris. Du selbst mit dem Programm, aus dem du zur Zeit deine Daten und deine Vorstellungen generierst, das du dir nicht raussuchen konntest. Was hält uns darin fest? Dein Ego, deine baunische Angst, deine Gottlosigkeit, kein Gottvertrauen, weil das ja nur religiöses Geschwätz ist. Deine Götter sind deine Physiker, deine Mediziner, die dich aufs Blut quillen, bloß um an ihr Scheißdrecksgeld zu kommen, in deiner Geschichte. Wenn du mir irgendwas erzählst über Pharmaindustrie, dann mach dich einfach mal schlau über Amerika. Die gehen über Leichen. Die Banken gehen über Leichen, um an das Scheißdrecksgeld zu kommen. Und du magst nichts anderes. Es sind Spiegelbilder deines Glaubens. Warum kommen wir nicht aus uns heraus? Das ist unmöglich. Nichts bleibt nichts und bleibt im Zentrum. Du kannst dich rausdenken und es bröseln, aber immer, wenn du nicht mehr denkst, wird er in dich reinfallen. Wie alles andere auch. Es kommt alles wieder heim. Es gibt zwei Ereignisse, die kannst du nicht verhindern, dafür kannst du auch nichts tun, die dich unmittelbar, nicht mittelbar, die dich unmittelbar aus diesem Das ist ein deutsches Wort, da bin ich aber auch mal schon drauf eingegangen. Dieses unmittelbar in der Mitte ist dieses Nichts, das du gar nicht denken kannst. Ein ausgedachtes Mittelbar. Bar, B, A ist das Äußere. Das Äußere ist zwar innen, aber sobald du es denkst, ist es dann doch wieder in dem Ausgedachten innen eine Information. Du darfst nicht verwechseln das absolut nicht denkbare innen mit einem innen, das wir uns jetzt ausdenken. Das sind all deine Informationen, die in dir drin sind, aber vor sieben innen hast du auch eine Verneinung, die eigentlich gar keine Formen sind. Das ist immer der Widerspruch. Ja, das kann ja nicht beides gleichzeitig sein. Es kann ja nicht gleichzeitig hell und dunkel sein. Es kann ja nicht gleichzeitig gesund und krank sein. Doch, aber erst in der Syngese auf der höheren Ebene, da musst du da ausgeschlossene Dritte werden. Diesen Gefängnis befreien. Übrigens, dass du im Gefängnis sitzt, davon weißt du gar nichts. Die halten sich auch noch für freie Menschen. Ich sage, ein Gefängnis, in dem jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Ist deine Meinung, deine ureigenste Meinung, das, was ich dir erzähle, ist deine ureigenste Meinung, wenn du weißt, wer du bist, wenn du wirklich verstanden hast, wer und was du bist, rot gelesen. Alles, was du mir jetzt erzählst, was deine Meinung ist, ist eine andere. Das lernst du in den Ohren Bordungsschriften. Es ist die Meinung deiner Lehre und deiner Erzieher. Das ist dein Schwamminhalt, der Umgebung, der Figuren, die in deinem Traum um dich rum sind. Angeblich, wenn du dich jetzt als Brösel denkst, du effst nach und du teilst bei manchen Sachen nichts und bei anderen wehrst du dich dagegen. Wobei selbst, wie du reagierst, hängt von deiner Erziehung ab. Das erschärfst überhaupt. Zwei Ereignisse. Das eine ist, wenn du verliebt bist. Liebe ist nämlich der Tod des Egos. Verliebte haben kein Ego. Egoisten können gar nicht lieben. Der zweite Punkt ist ein Schicksalsschlag zum Heil geschickt werden. muss man jetzt sehr genau darauf eingehen, weil jetzt, redet man von der roten Liebe oder redet man von der blauen Liebe? Ich bin verliebt. In dich. In dich. In den, der mich jetzt ausdenkt. Ich mache alles, was ich mache, nur für den, der mich jetzt ausdenkt. Kann ich aber jetzt ganz definitiv sagen, es ist eigentlich ein großer Eignutz. Das ist dein Ego, aber das ist ein rotes Ego, weil ich weiß, ohne dich wird es mich jetzt gar nicht geben. Jetzt habe ich als Udo gesprochen. Ich kann aber in die rote Ebene springen und sage, dann bin ich auch verliebt, weil ohne dich würde ich nichts erleben. In einem gewissen Maß bist du ein Dummy. Aber du MM haben wir doch schon gerade gehabt. Das sind die zwei MMs, die letztendlich auseinanderspringen müssen. Dual aus dem Nichts, weil dual, wenn du ich bist, wenn du Gott bist, bist du nichts. Ein Geist, der schläft ohne zu träumen. Also müssen wir einen dual machen, wir müssen den auseinanderschmeißen und den kann man natürlich dann auch mit der 70 schreiben und dann kriegen wir das Joch. in der Welt. Das All-All-Meter-Siebzig geschrieben, das Hochgehobene. Gesunde haben viele Wünsche, Kranke nur einen. Der weiß, worum es im Leben geht. Nein, weiß er nicht. Gesunde haben viele Wünsche und sobald du krank warst, die Krankheit ist ein Geschenk, weil du anfängst, dich wieder für das Wesentliche auszurichten. Gut, dann willst du gesund sein, aber du musst begreifen, Heil ist was anderes wie gesund. Heil ist die Welle und gesund ist der Berg und krank ist es da oder umgekehrt. Das kann man immer austauschen. Richtig und verkehrt kann man austauschen. Was von der einen Seite die Richtung ist, hat eine Kehrseite und sobald du von der Kehrseite schaust, weil die zur Richtung, das ist, wenn ich immer sage, du kannst das Plus und das Minus auch austauschen. Ist für mich Minus was abgetrennt ist, was ich mir ausdenke oder ist für mich das Ausgedachte ein Plus etwas, was jetzt in meinem Fokus, in dem Vortenkreuz auftaucht, weil ich das anfokussiere, der Punkt, den ich in der Halbkugel vor mir ausdenke. Charismatiker sind immer liebende Menschen und oder welche, denen alles genommen wurde und die erkennen, worum es im Leben eigentlich geht. Es ist immer ganz interessant, die sind immer, wenn du immer bist, wenn du der immerseiende Geist bist, bist du nur die Liebe. Ja. Du wirst jetzt merken, ich muss da fast nochmal zurückspringen, weil jeder Satz wird jetzt sehr interessant. Ein Ego, der weiß, worum es im Leben geht. Charismatiker sind immer liebende Menschen. Im Meer ist das rote Ich, das Allumfassende, aus dem alles entspringt. Die rote Liebe ist allumfassend. Und wenn du immer bist, bist du rote Liebe. Das ist zwangsläufig verbunden. Du musst eine Liebe deine Feinde, alles was du nicht kennst, was du böse was du bisher bekämpft hast oder anders haben willst. Liebe die Krankheit, die dich anfällt. Wenn was wachsen will, lass es wachsen. Auch die Krebsgeschwüre, sind wir wieder beim Hammer. Schulmedizin ist genau ihr Gegenteil. Bekämpfen, bekämpfen, Geld verdienen. Und oder welche, denen alles genommen wurde und die erkennen, worum es im Leben eigentlich geht. Sag immer wieder, du musst es loslassen. Wenn dir was genommen wird, kehrt es nämlich wieder zu dir zurück, zu dem, der immer ist. Das, was du dir ausdenkst, was du B setzt, ein Polarer setzt, du setzt B, die Polarität zwischen diesen zwei. Zugehörigkeit, ja. Wir wollen dazugehören. Wir sind Herdentiere. Außerhalb. Das sind Gedanken, die du dir ausdenkst. Der Herde droht Gefahr. Solche Leute nennen wir Außenseiter. Außenseiter. Und die ganze Herde brüllt, wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Noch haben die die Welt vorangebracht. Das ist jetzt die Gruppe, zu der du dich dazu zählst, die Insekten, die Sekten in, du lebst in einer Sekte. Egal, was du glaubst. Und wenn du meinst, du bist Liebe oder du gehörst zu den Guten, ist vollkommen logisch und nicht besonders geistreich. Du reißt dich in Stücke. Nicht die. Das sind Unternehmer, das sind Unternehmer und die spielen das. Sind in Wahrheit Unterlasser. Man fühlt sich ängstlich. Angst ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Das ist das, wo zur Zeit alles, wo ich dir einspiele, deine ganze Regierung, die es gut mit dir meine, nur absichern, Helm aussetzen, impfen lassen, noch mal impfen lassen, noch mal für die Zukunft vorsorgen, die Erde nicht kaputt machen, für die Kinder in der Zukunft, eine Verlogenheit ohne Ende. Das sind die, man könnte, müsste, sollte mal, das sind die Pioniere, die es tun. die Pi, Pi ist die Kreiszahl, O ist es kreisen und die Niere, das Alternieren, das Re-N, das ist das Gefäß, in dem sich das abspielt. Vorher gehen die Selbstgespräche an. Die Zahn mit Vögel singen von der Freiheit, die Wilden fliegen. Also, das ist natürlich jetzt auch, du musst jetzt irgendwann einmal erkennen, wenn ich sage, aus zwei waren vier, aus vier waren acht, die Wilden wählet, das ist die Frau, die fliegen, hat das in dem Wort fliegen, nämlich das Wort Leih mit drin ist. Und Leih, wiederum ist Lügen, im Kindsbett liegen, liegen, lügen, die Wilden fliegen. Und die Geistreichen, die sind einfach und schauen. Sie sind in Ordnung. Sie schauen sich unendlich viele Charaktere, Geaturen, Geschöpfe, Filme, Geschichten an und wachsen und wachsehen und wachsen im Meer, mehr, ohne dass sie mehr werden können, weil nichts bleibt nichts, aber nichts kann alles werden. Das sind die zwei Extreme. Ja. Das ist Verwaltungsbeamter, doppelte Negation des Lebendigen. Und nach dem dritten Glas Wein, dem sechsten Glas Bier, die deutsche Sprache ist wieder sehr dekouvrierend. Die deutsche Sprache heißt Deutsch, kommt von Deutsch, von Deuten, von Auslegen und die deutsche Sprache nützt dir ohne die Vatersprache und ohne das Ivri, das Hebräische, aus dem Jezeit kommenden Zeigensystem überhaupt nichts. Und alle anderen Sprachen drumherum, alle Sprachen, entspringen aus diesem System. kam er raus aus seiner Haut, sprang er über seinen Schatten, hat er die Fassung verloren, ist er aus der Rolle gefallen. Was ist auf die Bögen lassen? In dem dritten Glas Wein, dem sechsten Glas Bier, die deutsche Sprache ist wieder sehr dekouvrierend, kam er raus aus seiner Haut, sprang er... Er kam raus aus seinen Zeiten. ...über seinen Schatten. Er springt über seinen Schatten. Hat er die Fassung verloren, ist er aus der Rolle gefallen. Nein, das stimmt nicht. Du fällst in die Rolle, ins Zentrum hinein. Du wirst der Wir-BL, Wir-Imm-Nichts. Und diese Wir sind nur Wir-Zwei. Das ist UB, ist das absolute Nichts. JCH, die 10, ist der kleine Gott, 1, 10. Und du, ich, bist jetzt dann der, der die Peripherie aufbaut in Verbindung mit einem Intellekt, den ich dir zum Denken gegeben habe. Das ist der Schwamm, den du zu durchschauen hast als Führerscheinprüfungsbogen. In der Firma heißt das dann Personalentwicklung. Das heißt, das wörtlich heißt Personalentwicklung, also Entwicklung der Verwickelten in ihren Rollen. Kannst du mal deine Personalleute fragen, ob sie überhaupt wissen, was sie da treiben. Gibt ein wunderbares Gedicht von Rilke, Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe. Immer dran denken, es die ab. Der Stab, ganz wichtig, raumzeitliche Spiegelung, die Erschöpfung einer Polarität ausstellt, die in die aufblüht, als Gedanke, ist auch ein Stecken. Und er ist blind von den Stecken von den Ecken vor ihm. Und hinter tausend Stäben, keine. Ja, hinter diesen ganzen Stecken, die sich vor dir in dieser Spiegelung um dich herum aufbauen. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft. Der allerkleinste Kreis ist, umso kleiner du das machst, umso schneller bewegt sich das Ganze. Jetzt wissen wir in jeder Region der Physik, wo ich sage, wenn du hier mein Stecken mit dem Faden, mit dem Gewicht, das wir drehen, und dann ziehen wir unten an, dann kriegen wir die Masse, kriegen wir voll die Einstein-Formel. Schlitz zu, Schlitz zu, Kunstläuferprinzip. Und dann wirst du merken, dass das macht. Und wenn er dann steht, bewegt er sich eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit. Der sich im kleinsten Kreise dreht. Um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Das bist du träumender Geist. Und glaubst du, dass ein Religie oder irgendjemand, den du dir jetzt ausdenkst, dass diese Kiste irgendwas anderes gedacht haben kann, wie ich mir in die Kiste hineindenke? Glaub mir, ich bin die Quelle für das komplette Wissen deiner Welt. Und ich benutze dich vor all dem Zeug, du stehst noch mal, du, ich lasse es dir einfallen und du lässt es dann den Menschen einfallen, indem du sagst, der hat das entdeckt, der hat das gemacht, der hat das Gedicht geschrieben, der hat diese Musik komponiert. Vergiss es. Du erschaffst es hier und jetzt durch diese Personen in dir und entmachtest dich dadurch, aber du machst es gern. Drum ist Holofeeling ein Geschenk. Ich schenke es dir jetzt und du kannst es weiter schenken. Und ich schenke irgendjemandem, den ich mir jetzt ausdenke, schenke ich eine Komposition, bloß jetzt in deiner Welt, ich will Geld verdienen. Ich sag dann, umso geistreicher das Ganze wird, zeigt sich der Charakter. Diese Corona-Bandemie, die wir uns jetzt ausdenken, hat hier deine Künstler entlarvt. Gerade bei Liedern gibt es genügend Updates, wo ich sag, Grönemeyer und Konzorten. Westernhau, die sich ja voll auf die Seite der Mainstream-Presse gestellt hat. Ich sag, die spucken ihren eigenen Liedtexten ins Gesicht, die ich ihnen einfallen lassen habe, wo sie viel Geld verkaufen. Die ersten Selbst, was ich jetzt mache, dieses Selbstgespräch, kann man nicht auf YouTube stellen, weil das wahrscheinlich gesperrt wird, wenn man es da nicht jetzt drum bettelt, dass man das benutzen darf. Und das war ja früher nicht. Ich sag, wie die ersten Selbstgespräche gekommen sind, wurden ja Videos von YouTube nicht gesperrt. Und ich kann dir gleich sagen, ich habe Texte, Videos mit Grönemeyer-Texten benutzt. Das waren die allerersten Videos, wo der Grönemeyer dafür gesorgt hat, dass es gesperrt war, dass man Geld damit verdienen kann. Für Heiligkeit Engler, für pur, für Heiligkeit Predigen und viel Geld damit verdienen. Manchmal geht der Vorhang der Pupille auf. Dann geht ein Bild hinein, geht... Hupp! Die Weisheit von OP. ...durch der Glieder angespannte Stille und hört dem Herzen auf zu sein. Da ist er mal wieder mit ganzem... Du hörst dem Herzen auf zu sein. Jetzt ist das Sein, gebt mir das Blau, dann heißt ein raumzeitlicher Augenblick. HR ist die Erde und das rote Herz ist das Symbol für den Mittelpunkt. Und da hörst du jetzt auf, ein raumzeitlicher Augenblick zu sein, weil du jetzt rot wirst. Das ist unser Einheitskreis. Das beginnt bei Rot und geht dann über die Burbur-Linie Rot, Türkis, Grün aufblühen, bei 12 Uhr, das Farbenspiel lesen, das reine Physik und dann gehst du über Burburot, verbindet sich dann, wird so blau und das Blau verbindet sich unten dann wieder in den Minus-Plus-Bereich und wird wieder rot. Dann schließt sich der Kreis. Dann wirst du SA in Rot. Das Bewusstsein, das nicht existiert, aus dem dann die nächste Wille hinspringt. ...herzen dabei. Das ist Unternehmertum. Du musst mit dem Herzen dabei sein. Im Herzen dabei. BI hast du im Nichts. Also verlangt bitte nicht von mir, dass ich euch hier Tipps und Tricks gebe, wie du im Container besser zurechtkommst. Es ist nur das Wort dabei. DA muss dir zerst klar sein. Es ist immer zerst, da machen wir verschiedene. D ist D. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Wir können das zwar hart machen. DA ist die geöffnete Schöpfung. Oberflächlich geöffnete Schöpfung heißt hier Schmerzen. Jetzt muss ich wissen, ERZ heißt die Erde. ERD, erwecktes Wissen. Scham, dort ist das Wort. Scham, Mem, Schem ist der Name. Haben wir gerade schon gehabt. Das heißt auch dort. Wir sind beim Schmerz. Das ist der Name, der Ruf. Da haben wir schon den Kopf vom OB, wenn wir den rot lesen. Und ein doppelt aufgespannter Ort. Und dasselbe Wort heißt dann auch dort. Ein geöffneter Ort. Dorthin. Das ist Scham. Eres. Das machen wir Ares. Das heißt mit einem Elef. Das ist die Erde. ER hast wieder erweckt und die E mit 70 gelesen heißt Wissen. Das ist das erweckte Wissen. Wir können das natürlich auch mit der 70 schreiben. Aber sobald wir die 70 machen, wird es dann schon wieder negativ. Das wirst du gleich merken. Jetzt kriegst du das Grauen. Das Erschrecken. Das Fürchterlichsein. Das ist es da mit dem Alef gelesen und es da mit der 70 gelesen heißt Wissen. Das ist die Erkenntnis, das Wissen, das der Öffner der Schöpfung wird. Wir können natürlich das Ganze auch rot lesen. Dann kriegst du geschlossen immer seine Quelle oder dann die geschlossene, mit A gelesen, der geschlossene Schöpfer. Und B heißt in, B-I heißt im Nichts. Im Schöpfer Gott. Komm, geh, du, geh wieder hin, nein, geh hinein in diesen, verbunden in den Schöpfer Gott, in das Göttliche. 13, 1 und Liebe. Außen und innen gibt es 26, ist J-H-B-H. Pyramiden wäre dies ich. Jetzt kannst du herausfinden, ob es der J-C-H oder I-C-H bist. Das bleibt im Prinzip dasselbe. Ich erkläre dir einen riesen Komplex, ein Computerprogramm, das diese gigantische, hyperrealistische Welt mit den unendlich vielen Möglichkeiten aufbaut, in dir, in deinem Kopfkino. Du bist der Computer. In Basic, in einer Extrem-Vereinfachung von Vereinfachung von Vereinfachung. Es ist aber erkennbar. Du kannst es übrigens in kürzester Zeit lernen, wenn du nicht beimal in deinem Ego in dir sagst, das verstehe ich nie, das ist ja so viel. Was du dabei vergisst, ist, dass das ganze Wissen in dir drin ist. Es ist schon drinnen. Du musst es nicht von außen in dich hineinschaufeln. Ich mache Schnipp. Das ist wie, wenn ich eine dateiige Spattis öffne, dann ist es plötzlich in dir drin. Und glaube, es gibt mittlerweile Menschen, jetzt normal gedacht, als Brösel und der Brösel, bei denen ich das passieren habe, und du erlebst nur noch Wunder. Jeder Moment ist ein Wunder. Mich gritt es gerade die Nadja neben mir an. Die natürlich kriegt das nicht wirklich mehr aus dich. Aber die erlebt es zurzeit in den ersten Ansätzen. Das überlasse ich gerne anderen. Ich möchte, dass ihr frei werdet davon und Unternehmer seid. Werden wir noch an vielen Beispielen besprechen. Damit die Drohkulisse perfekt wird, damit euch richtig schlecht wird, erst mal, erzähle ich euch noch mal, welchen Preis du dafür bezahlst. Innerhalb dieses Systems handelt es sich um einen Reizreaktionsmechanismus. Das heißt, auf einen bestimmten Reiz reagiert unser Ego natürlich auf eine ganz bestimmte Art. Du weißt genau, welche Knöpfe du jemandem drücken musst und der geht in die Luft. Ja, wenn ich in Bayern bin, frage ich schon mal ins Publikum echter Bayer unter euch. Die sind ja sehr stolz drauf. Da kannst du das immer gut machen. Meldet sie immer gleich eine Joi, auch gleich mit dem bayerischen Sprachfehler. Das würde ich jetzt nicht so sehen. Weil ja, hebräisch gelesen, heißt J.H., heißt Gott. Und ich heißt J.H. Der kleine Gott. Mein Gott. Ja, sorry. Südlich der Elbe ist die Welt nicht mehr dieselbe. Im Süd ist übrigens das Licht und im Norden sind die Schatten. Das ist wie mit dem Rechts und mit dem Links. Ihr meint, Links ist richtig, obwohl in jedem Wörterbuch nachlesen kannst, das Link ist ungedreht, linkisch, unbedarft. Das Linke ist, dass das Innen nach außen gekehrt wird und du musst bis außen, die Richtung ist eigentlich, dass man bis außen wieder nach innen kehrt, wenn du dich heil machen willst. So, dann frage ich, bist du immer bayer gewesen? Ja, Freilie. Willst du auch bayer bleiben? Jo, wo ist Dings denn? Und er sagt, was ich denke, hast du denn keinen Ehrgeiz? Ja? Und dann bricht er weg wie Moins-Dissau-Preis, weil ich seinen Bayern-Knopf gedrückt habe. Jeder Mensch, der uns ärgern kann, bestimmt über unsere Lebensqualität. Es gehören aber immer zwei dazu. Und jeder, der dir Angst machen kann, bestimmt über deine Lebensqualität. Aber wer macht dich eigentlich Angst? Wer macht dir Angst? Ich weiß, dir sagen irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Aber sind die schön, dass sie von dir so ausgedacht waren, dass sie dir Angst machen? Merkst du, wo dich Unbewusstheit hinführt? Was ist der Lauterbach jetzt? Wo war jetzt die ganze Zeit ein Lauterbach? Das ganze Geschwätz, meinst du, der ist mächtig? Meinst du, dass ein Gedanke, den du denkst, anders sein könnte, wie du in dir denkst? Du denkst dir doch mächtig. Oh, die sind ja so mächtig, die Politiker. Ich habe ja nichts zu sagen. Stimmt. In Bezug auf den Affen, der du bist. Aber wie sieht es aus? In Bezug auf den, der du wirklich bist. Bist du nicht die Quelle für alles, was du dir ausdenkst? Es geht nicht, dass du dich groß machst. Ich sage, immer Musterbeispiel ist der kleine Udo jetzt da unten in der Ecke. Ich sage, ich bin die Kleinsten, werden die Größten sein. Groß übrigens, das Groß-Egeros ist Jesus. Das Koll-Eine ist das Ganze. Das geht nicht mehr um irgendwelche weltlichen Sachen. Dein Ziel des Lebens ist, dass du wach wirst. Und im Wachwein taugst du in einer vollkommen neuen Welt auf. Oder immer wieder jeden Morgen in derselben Scheiße, weil du nicht loslassen willst. Wenn du den Knopf drückst und einer, der sich den drücken lässt. Wenn du Unternehmer bist, passiert das. Aber beide sind was Ausgedachtes. Der auf den Knopf drückt, denke ich mir aus, und der, der sich drücken lässt. Ich denke mir einen gescheiten aus, einen lieben Gott, einen mächtigen Gott aus und irgendwelche Menschen, die er erschaffen hat, die ja so sein müssen, wie er sie sich ausdeckt. Aber kann dieser Gott, den du dir jetzt denkst, als Schöpfer all dieses Sein eigentlich anders sein, wie du ihn dir denkst? Und wer erschafft diesen Gott? Soviel zum Thema Gott existiert und schauen in den Himmel und beten ihn da oben an, den sie sich selber ausdenken. Und indem sie den so mächtig machen, machen sie sich selber total unmächtig. Dann bist du ihnen ummacht gefallen. Und in dem Moment, wo du sagst, der Udo weiß ja so unheimlich viel, aber ich, dann denkst du einen unheimlich weißen Udo, einen mächtigen Udo vielleicht, und dich selber, nein, du bist der, der sich beide ausdenkt. Ich sage, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich mir niemals irgendjemanden ausdenke, der mehr wissen könnte, wie ich. Es ist schon aufgrund der Tatsache, dass die, die ich mir ausdenke, von mir erschaffen werden. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Bedrohung liegt auf Affen. Es sind einfach nur Figuren in einer Geschichte, in einer Märchengeschichte, Andagonisten in einer Geschichte, in Märchen. Kannst du Zeitgeschichte nennen. Und ich bestimme jetzt, was der entdeckt hat oder der oder der gesagt hat, in dem Moment, wo ich mir den denke und an mir denke, dass der das gesagt hat. Und du bist auch vielmächtiger wie der Udo, weil ich mich nicht einmische. Ich lasse dir das zwar jetzt träumen, aber du hast deine Freiheit bekommen. Ich lasse dir selber entscheiden, ob das, was der Lautsprecher dir jetzt erzählt, diese Udo dir erzählt, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Und dann entscheidest du damit über dich selbst. Du bist der richtige Wahlersohnie. Ich spiele dir den Udo jetzt bloß ein, dieses Pixelmännchen. Du bist derjenige, der sich das Video ausdenkt. Ich behaupte nicht, dass der Udo in irgendeiner Form wichtig ist. Du solltest da mal Umbarungen lesen, ganz am Anfang nochmal. Da heißt es, mein Menschensohn ist nur ein Wegweiser. Und wenn du mit der Straße, wenn du dich verirrt hast in deiner Welt, die du dir ausdenkst und da irgendwo rumreist da außen und du kommst auf einen Wegweiser, der mischt sich in dein Leben überhaupt nicht ein. Der zeigt dir den Weg ins Himmelreich, in eine höhere Bewusstseinsebene. Aber der macht kein Winkelmädchen. Du kannst da dran vorbeifahren, das ist ihm vollkommen scheißegal, den Wegweiser. Mir ist es so wurscht, ob du auf mich hörst oder nicht auf mich hörst. Das hat mich übrigens sehr, sehr viel Leben gekostet, das Lust zu lassen. Wenn du Liebe bist, wirst du nämlich immer noch in dem Wahn selbst Geistesfunken retten. Da gibt es nichts zu retten. Ja, sowas überhaupt nicht. Weil du genau weißt, wie dein Ego-Furzilein tickt da oben. Das kannst du vergessen. Das ist das, was du in dem Leben zu erforschen hast. Ich weiß doch, was ich denke. Ich bin doch der Einzige, der weiß, es ist richtig, du bist der Einzige, der deine von dir selbst erschaffenen Informationen erlebt. Aber ist dir bewusst, dass du die auch erschaffst? Und wie du tickst, hast du keine Ahnung. Da wäre die wirkliche Meditation ratsam sich weltlich beobachten. Denk an meinen Speisekartenbeispiel. Dann wird dir nämlich sehr schnell bewusst, dass du dir in keinster Weise raussuchst, was du denkst. Du bist ein träumender Geist, der sucht sich nicht raus, was er denkt. Der kriegt was eingespielt und hat zu lernen. Der träumende Geist ist der Beobachter von ständig wechselnden Informationen. Da wirst du mitkriegen, dass 99,9% all der Sachen, die du jetzt in dir auftauchen siehst, von Augenblick zu Augenblick, aufbauend ist er von einer Reaktion und Bewertung von dem, wie ein bestehender Reizauslöser von dir bewertet wird. Das ist Anfang des Selbstgesprächs, das dazugehört. Du hast den Joystick in der Hand. Da ist ein Konstruktprogramm, wie du auf Einzelbilder reagierst. Jede Reaktion ist eine Eingabe und dann wird die Information von dir verändert. Das ist das Computerprogramm. Da kürzlich vom Kongress Führungskräfte weiblich, die große Zukunft Deutschlands. Smarte Damen, 250 im Saal. Ich spreche über das Thema sich selber führen können als Voraussetzung, andere Menschen führen zu können. Du kannst niemanden führen, wenn du dich nicht führen kannst. So wie du niemandem vertrauen kannst, wenn du dir nicht vertraust. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das machen Figuren in deinem Traum. Die Politiker und all das Ganze drumherum. Der wirkliche Geist zieht sich zurück und schaut, wie Menschen Menschen führen und was die Motivation ist. Wieso sie die Menschen führen. Ob das Verantwortung ist oder bloß eigene Machtgeilheit. Das sind deine Politiker in deiner Welt. Das große Problem. Unmöglich. Wer kontrolliert, vertraut nicht. Wer vertraut, kontrolliert auch nicht. Menschen, die andere ständig kontrollieren, haben ein Problem mit Vertrauen. Nochmal, du hast das Problem mit Vertrauen. Nicht der, den du kontrollierst. Du kannst niemanden lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Das ist unmöglich. Und du kannst natürlich nichts verkaufen, wenn du dich nicht verkaufen kannst. Das ist natürlich auch eine sehr einseitige Aussage. Da müssen wir jetzt viele Perspektiven uns gleichzeitig, wenn du dich selbst nicht liebst. Da müssen wir jetzt erst wieder erklären, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst. Wenn du an deinen Körper denkst, an den Körper rummängelst, weil du nicht schön bist, weil du dich optimierst, weil der nicht so ist, wie du ihn haben willst, dann hörst du schon auf dich zu lieben. Dein Programm, dein Ich-Lieben und jetzt ist natürlich, jetzt kann man das spielen, das kann natürlich das aufgeblasene Narzissmus, dass du nur dich liebst und über Leichen gehst, bloß um dich selber zu befriedigen. Dein Ego. Da gibt es so viele verschiedene Perspektiven. Die Aussagen sind so unendlich, wischi, waschi, nichts aussagen und du wirst jetzt merken, wenn du die Grundlagen von Holofeeling hast, dass all diese Videos dir überhaupt nichts in deiner geistigen Entwicklung bringen. Und dass komplett alles anders wird, wenn man das geistreich und ganzheitlich betrachtet. Und selbst das, was ich jetzt mache, ist wirklich ein ganz kleiner Spritzer. Man könnte, wie ich sage, bei jedem Wort müssen wir es erst ein 400-Seitenbuch machen. Völlig unmöglich. Warum ist das so? Weil in der Natur wächst alles von innen nach außen, nicht umgekehrt. Es wächst von innen nach außen und nicht umgekehrt. Wach sehen du ich, wenn ich mir was ausdenke, was zwangsläufig mit dem nächsten Gedanken wieder zurückkehrt, wenn ich dem nächsten mir ausdenke. Alles, was aus dir herausgeht, das verunreinigt dich. Was von außen wieder in dich hineingeht, macht wieder die Einheit. Das kann dir nichts passieren. Du kannst ein geistiger Allesfresser werden und Allesfresser meine ich in Bezug auf Lebensmittel als Trocken-Nasen-Affe. Wenn du krank wirst oder irgendwas passiert, das was in dich hineingeht, zum Beispiel irgendwelche ausgedachte Viren, die so neu zu unvorstellbar klein sind, dass man die sowieso im mesokosmischen Bereich nicht sieht, weil es logische Konstrukte sind. Die zeigen sie dir auf Monitoren, die zeigen sie dir, du kannst die ja nicht einmal in einem Mikroskop sehen. Bazillen kannst du sehen, die sind in einer Größenordnung, dann siehst du aber auch nicht den Bazillus, sondern du schaust durch ein Okoloar und all das Zeug sind logische Konstrukte. Es muss hier geboren werden, dass es nach dort fließen kann. Es muss hier geboren werden, dass ich es mir ausdenken kann und in dem Moment, egal wo du dir was hindenkst, das ist hier. Diese vielen Beispiele, jetzt denk dir Zürich aus und denk dir Wien aus. Wo ist jetzt Zürich, dass du denkst? Übrigens, Zürich heißt zuvor geworden ist ich. Das bist du selber. Jedes Wort kriegt, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Es sind Symbole, es sind Metaphern. Meine Seminare sind immer Hilfe zur Selbsthilfe. Ich zweifle ich sehr stark. Die helfen vielleicht, dass du erfolgreich werden kannst, aber alles, was hoch geht, fällt auch wieder zurück. Umso höher du aufsteigst, und so weiter fällst du runter. Das waren all die Geistesfunkmicklingen, die meinen, die haben sich irgendwie auf Kosten anderer irgendwie hochgerappelt. Die werden schonungslos im nächsten Leben, selig die Kleinsten. Selig die, die jetzt krank sind, arm sind und tauben und sagen, ich habe keine Ahnung. Aber wehe die, die meinen dir meine Ahnung, gesund und reich sind, erfolgreich sind. Du wirst jetzt volle Breitseite zurück wegkommen, bis du in die Nulllinie gehst, diesen Punkt, diese Heiligkeit erreichst. Man kann dir auch ein paar Tipps und Tricks nennen von draußen und dann fällt das aber auf den falschen Acker. Das ist die große Enttäuschung, erlebe ich oft bei Seminarteilnehmern. Ich wende das alles an, was der tolle Trainer mir gegeben hat. Funktioniert leider nicht. Ja, fällt auch auf den falschen Acker. Dann kannst du noch mehr solche Rhetorik oder sonst was, Seminare besuchen. Mein Samen, den ich ausstreue, wo fällt der hin? Auf dem Wegrand, in die Donnen? Das sind alles Jesus-Gleitnisse. Es ist dir nicht gegeben. Darum muss erst mal viel Staub hier inhaltlich freigelegt werden. Das machen wir zumindest den ganzen Vormittag, damit das mal alles frei wird wieder bei uns. Du hast schon die halbe Miete dann. Also, auf diesem Kongress dachte ich, okay, die Damen hören interessiert zu, aber musst du mal anwenden, irgendwie, dass die das mal spüren, ob es bei ihnen klappt. So, und dann erzähle ich folgende Geschichte. Ich habe das einfach wortwörtlich so erzählt dort. Meine Damen, vor einer Woche war ich auf einem Kongress, in einem Vorstand, großer DAX-Konzern. Ich komme da rein, sitzen da zehn Herren, habe mich dazugesetzt. Meint einer, Herr Lange, wir können anfangen. Ich sage, wieso? Wir sind doch gar nicht alle da. Doch, wir sind alle versammelt. Ich sage, Moment, wo sind die Damen? Haben wir nicht. Ich sage, wie jetzt, haben wir nicht. Das ist doch nicht political correct. Haben wir nicht. Ich sage, Moment, warum haben Sie keine Frauen im Vorstand? Grinst mich der Vorstandsvorsitzende an und sagt, ganz so einfach, Herr Lange, weil wir auf Qualität achten. So. Also, ich habe das nur so erzählt, ja, natürlich Aufruhr im Saal. So. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, meine Damen, solange Sie noch über solch ein Stöckchen springen. Solange Sie noch auf sowas reagieren und nicht kreativ damit umgehen, sondern Reaktion. Bei Reaktion liegt der Impuls immer außen, nicht bei dir. Fehlt Ihnen leider die Souveränität, die heitere Gelassenheit, um in diesem Boys Club bestehen zu können. Und dann war Ruhe im Publikum. Ja. Da gehe ich nicht darauf ein. Das ist gerade die Reaktion. Die zwanghafte Reaktion ist immer nur entweder ein Positiv oder ein Negativ, aber kein Heilungsprozess. Du solltest dir bewusst machen, einen Satz, den findest du auf unendlich, findest du Selbstgesprächen, du beobachtest deine Information in den ständigen Wetzel, taucht jetzt in dir irgendeine Diskussion, einen Kampf um einen Standpunkt auf. Als Wort benutze ich einmal das. Dann schaust du zuerst einmal gleich durch, ob du das auf dem Fernseher irgendwo siehst, auf einem Video oder auch live als Brösel unter Brösel, dass irgendwelche Menschen über irgendein Thema eine Sache diskutieren. Dann musst du dir zuerst einmal bewusst machen, du wirst mehr oder weniger mit deinem normalen Programm mit einer Seite sympathisieren, Beifallklatschen nenne ich das. Auch das Wort Sympathie, das Mitleiden, an dieser Einseitigkeit kann man auch positiv lesen. Und die andere Seite, was du ablehne. Und du musst dir zuerst bewusst machen, mit welcher Seite du sympathisierst. Und die wirkliche Reaktion ist, dass du jetzt komplett umschweckst und einen ganzen Geist dich bemühst, dir klarzumachen, hätte ich eine andere Logik, wäre für mich die andere Seite total logisch und meine jetzige Seite total unlogisch. Und es ist nötig, dass du dich erhebst und erkennst, dass egal, was in einem Widerspruch erzählt wird, letztendlich nur Perspektiven einer höheren Kollektion sind, von denen deine Welt nichts weiß. Das sind für die Aussagen, du hast noch nie eine Küche gesehen. Kein einziger Affe in deiner Welt, mir setzen wir mal voraus, der hätte jetzt Bewusstsein, wenn er hier auf seine Verabrede draufschaut, kann es seine Küche sehen, weil das Bild, das in dir auftaucht, gedachterweise, oder auf der Verabrede, ist keine Küche. Es ist erst einmal ein Bild, Bild im Kind erweckt, die Bilder sind wie die Bilder in einer Futterdatei. Und ich kann in einer Küche tausende und abertausende von Bildern schießen. Und die lade ich in eine allereinzige Datei rein und das nenne ich dann Küche. Was da mit Sicherheit ist, irgendein Bild von einem Herd, von Gewürzen, von Töpfen, von Küchestangen, das ist es. Diese Bilder sind nicht die Küche. Und genauso ist es mit auf einer höheren Ebene, mit diesen anderen Meinungen, wenn irgendeine um irgendwas streiten, das ist es, das ist ein Beispiel, hat jeder Recht. Und sobald du meinst, die anderen, das stimmt nicht, wirst du die höheren Ebene nie bedrehen. Haben sie kapiert. Das Wort kapiert kommt von kaputt im Kopf. Jetzt können wir das wieder hebraisieren. Jedes Wort, wenn ich anschaue, wirst du feststellen, wenn das Prinzip verstanden ist, setzt sich das wie ein lückenloses Basel zusammen. Das heißt hier, wenn du reagierst, machst du dir einfach deine Reaktion von der höheren Ebene, du machst dir bewusst, welche Seite dir logisch erscheint und welche dir unlogisch erscheint und jetzt drehst du und bist bemüht, diese Logik des anderen nachzuvollziehen. Geh einfach dann seine Gedankengänge mit und du wirst feststellen, hättest du diese Logik als erstes bekommen, wäre das deine Logik und dann wäre das, was du jetzt siehst, verkehrt. Aber so funktioniert unser Verstand. Also ist die Frage nicht, ob jetzt die Impfbefürworter Recht haben oder die Impfgegner Recht haben. Das sind ausgedachte Dinge, die kriegen du sowieso nicht mit, sondern was ist die Synthese und du landest immer wieder bei dir selbst, weil du das verbindende Parameter bist für alles und du hast dich in Stücke gerissen. Das Reaktionsmechanismus. Was aber nötig ist, dass du was erlebst. Das heißt, das eine Licht, die Lampe im Projektor, das rote Licht, muss blaues Licht, wann es ist Licht und es ist Licht. Es muss blaues, flackerndes Licht, nur eine Katze, KRS, wie eine Erde, wie erweckt das Wissen sei. Das ist dieses Nur. Wenn ich das immer betone, das ist NR oder NUR. Ganz simpel, dieses System ist so simpel, die Existenz in einer aufgespannten Berechnung und das heißt auch Feuer und Licht, aber das ist, wir haben auch noch mit an alle vorne, das heißt auch Licht. Aber da ist ein kleiner Unterschied, dass dieser Schöpfer zu einer Existenz wird. Das ist klassische Licht, wenn ich das mit NUR mache, ist jetzt ganz gezielt, wenn man reingeht, das ist eigentlich eine Katze, das ist ein flackerndes, ein Flacker, da haben wir wieder das Eck, das Wunder von Eck. FLA, wie es ist, ist das Wunder, und wir können dieses FL, das sind Facettenlichter, das ist die Unterschiede, das habe ich schon gesagt, dieses unterschiedliche Behandeln, das ist das, was du aussonderst, auswählst, aus dir heraus, unterschiedlich, und das unterschiedlich behandelst. Obwohl es doch nur ein Gedanke ist. Ein Gedanke ist ein Gedanke. Wieso ziehst du denn, gehst du mit dem einen Gedanke andersrum wie mit dem anderen Gedanke? Ja, weil der gut ist, den will ich haupte Gedanken, oder schlechtes will ich nicht haben. Jetzt reißt du dich in Stücke. Wir sind sozusagen innerlich auf Autopilot. Autos ist das selbst. Du bist ein Mathematiker, eine Automatik, tausendfach darauf eingegangen. Der Preis, den wir bezahlen. Diese Art zu leben, unsere Rollstuhl... Pilot übrigens, wir wissen, Autos ist das selbstkritisch, und die Automatik ist, ein Selbstesänder, der da der Dummkopf ist, das ist ein Autopilot. Das Pi ist die Weisheit, oder das Wissen deines Intellekts, steckt dich jetzt in eine Höhe. Die Bedeckung, die Eckung, die Verhüllung, das hüllt dich ein. Dich ordern, 45. Das ist hier aufgespannte Warn, wenn du das machst. Wollen unbedingt auszufüllen, obwohl wir es gar nicht sind, zwingt immer zum Kompromiss. Es zwingt immer zu einem Kompromiss. Was ist ein Kompromiss? Es gibt geistreiche Kompromisse, und es gibt faule, falsche Kompromisse. Mein Beispiel mit der Politik in der Demokratie, ein riesengroßer Fehler. Lass uns vernünftig sein. Die eine Partei behauptet, 55 ist 10, und die andere Partei behauptet, 55 ist 8. Und jetzt wird gestritten, wir sind in einer Demokratie. Es wird diskutiert, wer Recht hat. Es interessiert keinen, was wirklich ist. Ist der Henkel rechts, oder ist der Henkel rechts? Und jetzt, da die Mehrheitsverhältnisse relativ ausgewogen sind, kommt es zu keiner einseitigen Einigung. Vorher, die einen sagen, 55 ist 10, die anderen sagen, 55 ist 8. Die Behauptung der Linken. Aber sie können das nicht durchsetzen, weil sie keine Mehrheit haben, die mit 55 ist 10. Und jetzt kommen die ganz gescheiten, die sagen, lasst uns vernünftig sein. Und dann wird ein Kompromiss beschlossen. 55 ist 0. Jetzt ist jeder zufrieden, jeder hat ein bisschen nachgegeben. Vorher hatte zumindest eine Seite wirklich recht. Richtig. Danach beschließen beide in der Demokratie das Falsch. Aber sie sind... Kompromiss ist im Leben immer, wenn es beiden Seiten gleich schlecht geht. Das ist übrigens das Spiel mit dem Schattenwurf von Kreis und Dreieck beim Kegel. Es gibt einen ganz klaren Kreis und ein ganz klares Dreieck. Und es gibt noch viele, viele Schattenwürfe dazwischen. Und jetzt ist es ein Keglerkreis oder ein Dreieck. Und jetzt macht für die Politik rechts und links. Wenn du die rechte Seite anschaust, gibt es innerhalb der rechten Seite, die nehmen wir jetzt einfach einmal Kreis, gibt es hier einen ganz klaren Kreis, das ist ganz rechts außen. Und alles, was sich jetzt der Mitte nähert, der verbiegt sich immer mehr und wird immer kantiger. Oder es gibt ein ganz klares Dreieck links außen und Kreis und Dreieck. Wenn das ein Kreis ist, geben ihm die höhere Ebene. Und jetzt hast du bei den Linken, hast du welche, die sind mehr rechts- oder linksorientiert und bei den Rechten genauso. Und wenn du die Schatten jetzt drehst, wirst du feststellen, der Kreis wird immer irgendwann einmal eine Ellipse, ein Noval, dann kommt eine kleine Ecke raus, wenn du das drehst, ein Wischiwaschi und das Dreieck, wenn man dreht, wird sich irgendwann einmal der Seite verbiegen, dann kriegt es einen Buckel drauf und die Mitte vom Bein, das ist ein Wischiwaschi, was weder Kreis noch Dreieck ist. Als Schattenwurf, aber als Synthese wäre es der Kegel. Das ist ganz tief, wenn du das verstehst, das macht keinen Sinn. In der Vereinigung von Gesundheit und Krankheit entsteht noch nicht was Neues, die Heiligkeit und das ist die nächste höhere Dimension. Das symbolisiere ich mit Kreis und Dreieck als so ein Kegel. Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck ist ein Blödsinn, weder noch. Es sind zweidimensionale Objekte, die als Schattenwurf auftreten. Und genauso ist die vierdimensionale Raumzeit nicht so wie das Einstein oder deine Physiker, die erklären, das ist genauso irreführend wie das. Es ist auf der einen Seite, benutze ich einmal das verbotene, in Deutschland verbotene Wort, geil. Es ist total geil, was er sagt und es ist auch alles richtig, aber nicht in dem Kontext, wo er es bringt und zu wem er das sagt. Er sagt es nämlich zu trocken aus. Er erklärt es trocken aus. Und damit wird es komplett nichtig. Ein Kabelstecker-Beispiel. Ich glaube nicht, dass zum Autofahren der Motor im Auto wichtig ist wie ein kleiner Stecker. Ich ziehe einen Stecker ab und dann passiert nichts mehr. Und ich baue dir den Motor aus und es ändert sich an der Kiste, die da steht, gar nichts. Und du bist dieser Kabelstecker für die ganze Welt. Wenn du nicht funktionierst, du träumender Geist als verbindendes Parameter, ist deine Welt kacke und zerrissen. Und jetzt schau einfach deine Welt an, die du dir ausdenkst und sag nicht, irgendein anderer ist schuld. Es ist kein anderer Schuld, dass du dir das ausdenkst, was du dir ausdenkst. Es ist auch nicht irgendein ausgedachter Mensch daran schuld, dass du das so bewertest und das so bewertest. Wenn was dran schuld ist, dann ist es die Logik, die du zum Denken benutzt, wo du sagst, das ist meine Meinung. Begreif, du hast keine Meinung, du hast einen Schwamminhalt. Ein Virus, das ist der Virus, den du dir eingefangen hast. Das ist deine Sekte, deine Religion, deine politische, deine medizinische Gesinnung, egal was du geistlos nachhäfst. Das ist der Virus, der dich krank macht. Übrigens ganz nebenbei, ich betone es nochmal, wir haben zum einen eine Welt, die du dir ausdenkst, das ist Kohl, das ist die Welt, das Weltliche, eine Mauer. Und wenn du diese Welt wahrnimmst, dann lebst du hier in der Kranksein, dann bist du krank. Dann wirst du übrigens schimmwach. Das heißt, logisch wach. Und du beschmeichelst dich mit deinen eigenen Lügen. Und weil du nämlich ein kleiner Magier bist, MG ist die Magie. Das Ganze ist aber immaginär. Das ist Mag, der Zauberer. Ein Gestalt gewordener Geist. Da unten lest. Ein Gestalt gewordenes Gehirn oder ein Gestalt gewordener Geist. Oder M als Meer, der immerseiende geistige Meer, LH Jung. Das kannst du immer austauschen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das sind wie die Perspektiven einer Tasche. Und dann bist du der Zauberer. A, O, B. Die Beschwörungskunst. Immer wieder weise ich drauf hin. Das ist das, was du glaubst. Halt. Was du glaubst. Das ist die Radix A, O, B. Die Schwerungskunst von toten Geistern. Und du, der Geist ist Gehirn. Gehirnmasse. Geistlose Gehirnmasse. Mit ihm. MT, Gestalt gewordene Erscheinung. Dein Gehirn ist was Ausgedachtes. Der rote Geist ist was ganz was anderes. Und da musst du mal schauen, du hast es auch in der Taube. Das ist natürlich ganz. Der Schöpfer ist verbunden. In der Mitte hat er alles verbunden. Das ist dieser absolute Mittelpunkt. Das ist LH Jung. Und jetzt wirst du ein Geisterbeschwör. Er beschwor seine eigenen Geister. Ich kann jetzt blauen Geist lesen, die eigenen Gehirnwissen, die eigenen intellektuellen Systeme. Die fahren nicht in die Berge, fahren nicht an den See, die fahren an den Bergsee. Die haben kein Jeep. Das ist übrigens jede Kleinigkeit. Berg heißt H. H. H.R. Ist die wahrgenommene Berechnung oder der Gwindelsenzkopf? In dem Gwindelsenzkopf sind wahrgenommene Berechnungen. Okay. Das Ganze heißt Berg. Jetzt wenn ich weiß, wir wissen ja, Erg, ganz interessant, wir haben es, das B heißt Innen, er heißt er weckt, er wacht, und das nochmal mal Geistern, heißt es immer weckt, er wachen Geist. Aber Erg, da gibt es doch hier die Energie. N-R-G, N-R-G-I-H. N heißt Innen. Haben wir heute schon gehabt übrigens in dem Selbstgespräch. Das ist am Fluss. Einfach das Selbstgespräch, wo dazugehört. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz interessant, wenn du das machst, das griechische N heißt nämlich innen, Energia, Erg, das heißt die innere Wirkung Gottes. Das in dir wirkende Göttliche, das du selbst bist, das ist die Energie. Darum sage ich, die rotgeschriebene Energie, das führt uns dann natürlich zu den Gimmel, den hebräischen Buchstaben 3, die große sind diese, was letztendlich die Einstein-Farmel ist, wenn du das begreifst. Das ist wirklich die Einstein-Farmel. Weil der Geist ist das E-Quadrat, das M ist die Gestaltwertung und C ist das ausgedachte Licht. Ich gehe in die Physikbücher, jede Formel wird etwas komplett anderes, wenn du die Vordersprache verstanden hast. Kindergarage, kein Sportwagen, die fahren Kombi. Sauna-Untersitzer. Kombi, zusammengeschmissen. Lateinisch, kom, zusammengeschmissen, bi in mir. Das ist das hebräische Wort, bi heißt meine, das heißt in mir. in mir zusammengeschmissen. Die Polarität, ich bin doch das heilige Ganze, schau das bitte an. Kom, zusammengeschmissen in mir. Das übrigens, ich kann das Kom natürlich auch reprisieren, dann machen wir für das K.A.K.A.F. und für das Om machen wir hier schlichtweg und einfach, ich kann jetzt ein Volk lesen, ich kann das so machen, dann ist es das Kriegsvolk, die in mir zusammengeschmissen sind, weil alle, die ich mir jetzt um mich herum als Kriegsvolk ausdenke, sind ja in mir und ich kann das Om natürlich auch hier mit einer Eins lesen, weil die alle Vokale auch nicht mehr können, dann kriegst du die Mutter und die Mutter kriegst du Meter, Matrix, Meter, Meter, Matrix, das schließt, alle Sprachen schließen sich zusammen. Beckenrandschwimmer, Vorabendeinchecker, Binnensegler, Doppelnamen, Ehefrauen, das ganze Leben ein einziger Kompromiss. Ich habe euch schon gesagt, die Seminar hat Konsequenzen. Konsequenzen, vorher und nachher, einfach die Dinger, kommt zusammengeschmissen, ein zusammengeschissen. Und zuerst ist, kaufst du einen Sportwagen oder einen vernünftigen Jeep und verkaufst vor allem deinen albernen Kombi. Es zu Ort, SB, wissen wir, raumseitliches Wissen, ist die Schienwelle beziehungsweise die polaren Ecken und ein SB-Ort, das ist an einem Ort und der Wagen, das hat was mit der Waage zu dienen und dann schwingst du ständig hin und her, weil du hier noch nicht richtig im B-All, in Gott-Balance bist. Noch etwas. Und das wisst ihr alle. Noch, ein ruhender Augenblick. Und was ist das? Jeder von uns kennt das. Diese Stimmen zwingen uns oft in eine sogenannte Double-Bind-Position. Das ist ein Thema für sich selber, das geht auf Gregory Bateson zurück, einer der größten, jetzt von dir ausgedachten Philosophen, und dem habe ich so viel Wissen zukommen lassen, dass deine Menschheit überragt, einer der missverstandesten, aber größten Denker, der überragt deinen Sokrates und all das, was du in der Richtung ausdenkst, umwelten, wenn du dich wirklich mit Bateson auseinandersetzt. Aber es ist nicht nötig. Es ist einfach wieder, du fährst in den Sackhausen rein, studierst du die Ohrenbohrungen, dann studierst du die Quelle. Das heißt, wir wollen sowohl die eine Rolle spielen, als auch die andere. Es gibt übrigens hier einige Videos, wo ich genau auf diesen Double-Bind-Effekt eingehe, Selbstgespräche, frühere. Muss man natürlich aus dem Bau unter Selbstgesprächen, muss man das richtig heraus suchen. Habe ich, glaube ich, mit Neugrack gemacht. Perfekte Mutter sein und Karriere machen. Karriere wissen, weg in Ecken. Perfekt. Couch-Potato und abnehmen. Wissen wir alle, wird nichts. Das ist die Zerrissenheit. Das ist das, was hier angesprochen wird. Du musst dich auf der unteren Ebene für eins entscheiden, aber da geht es schon los, das ist keine Entscheidung, wenn du aus zwei oder mehreren Möglichkeiten eine auswählst. Entscheidung ist, dass du aus zwei sich widersprechende Möglichkeiten was Rückkommen Neues machst. Da beginnt Holofeeling. Aus Gesundheit und Krankheit machst du die Heiligkeit. Dann ist aber zwangsläufig hier mit der Heiligkeit ist es verbunden. Gesundheit und Krankheit ist eine Welle, die in Bezug auf deinen jetzt ausgedachten Körper steht. Das heißt, diese Gefühle von Gesundheit und Krankheit sind prinzipiell immer mit einem Trockenhaus auf dem Körper verbunden. Und sobald ich die zwei zu etwas Neuem mache, muss ich diese Datei nicht mehr aufmachen. Und dann entsteht, kannst du diesen Speicherplatz in der Heiligkeit auf einer höheren Ebene vollkommen neu besetzen. Darum sind so viele Menschen hin und her gerissen in ihrem Leben. Das ist da. Die geöffnete Berechnung ist eine Generation. UM heißt aufgespannte Gestaltwerdungen, aber U schwingend. Hell, dunkel, hell, dunkel. Und du bist, so viele Menschen sind hin und her gerissen. Darum sind so viele Menschen hin und her gerissen in ihrem Leben. Gesund, krank. Das ist das Ganze. Die meisten Menschen leben in stiller Verzweiflung. Zwei F, zwei Facetten. Lung, die Vorstellungen, die Darstellungen, die Spiegelungen, alle Sehvorgänge, das ist die Lunge im Hebräischen. Das Wort Lungerea, Lunge tausendfach, hausselbst, Zufall, meinst du, Nomen ist Omen, nicht nur auf die Namen. Wieso heißt das hebräische Wort für Lunge auch sehen und schauen? Weil du darauf Vorstellungen, Darstellungen, Spiegelungen aufbaust. Wieso heißt das Wort Niere, das Alternieren, Reen im Lateinischen, Reen, die zurückgehende Existenzen. Das Ganze passiert in einem Alles, mein Alles, glia. In zwei Fallen, Verzweiflung. Das ist eben das Problem, du fällst in die zwei, wenn du dich zwischen den Balken und den Tal stellst und nicht, wenn du die eine Seite oder die andere Seite reinfällst. Psychologie nennt man das Double Blind. Zwei Seelen sind auch in meiner Brust. Das geht wesentlich weiter, wie gesagt, wenn dich das interessiert, such dir schlichtweg und einfach das Selbstgespräch, wo ich da genau drauf eingehe, Wikipedia einfach, Gregori Badersen oder Double Blind, das nützt dir nichts, wenn du den liest, weil du das genauso einseitig mit deiner jetzigen Logik auslegst, wie du das dir anhören würdest, wenn ich es nicht kommentiere. Ja, ich möchte euch das nur noch mal ein bisschen vor Augen führen, damit jeder im Raum spürt, Verflucht noch mal, da hänge auch ich fest. Jeder, der im Raum ist, den du dir jetzt ausdenkst, ist in deinem Traum und die in deinem Traum bringen überhaupt nichts mit von dem, was du denkst. Du bist der Einzige, der das jetzt mitkriegt. Du kannst jetzt auch viele ausdenken, auf der Brustlebene, die dich mit welchen unterhalten, was die von diesen oder jenen Selbstgespräch halten. Das sind aber nur Spiegelungen von dir selber. Du hast dann entweder welche, die begeistert sind, weil du langsam anfängst, begeistert zu sein, B, G, Eistat, und du hast welche, die das ablehnen, weil du selber ablehnst. Da kriegst du deine Bestätigung, dass das eh nicht stimmt, weil du laufen nur deine eigenen Spiegelungen bestätigt kriegst. Weil ich will euch ja zeigen, wie ihr hier rauskommt. Ich will dir jetzt zeigen, wie du aus dem Traum herauskommst. Und du kannst nie von unten nach oben sehen. Also, die Lösung ist, man löst sein Problem, indem man sich vom Problem löst. Alter Satz von mir, löst dich vom Problem, indem du das Problem einfach nicht mehr denkst. Probleme heißt das vorgelegte. Wenn du das alles nicht bist, sondern nur... Wenn du es nicht mehr ausdenkst, es ist weg. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Rollen sind, die du spielst. Brauchst du Distanz dazu? Weil immer, wenn wir Distanz zu etwas haben, können wir es aus einer anderen Sicht betrachten. Das ist ganz einfach. Erhebe dich und beobachte die Tieren, was die äußern. Und dann kannst du ganz einfach, ohne zu werten, schauen. Das ist die Distanz. Du schaust in die Köpfe der Zuschauer in ein Kino rein, die letztendlich alle denselben Film projizieren, aber jeder komplett anders, dieselben Bilder komplett wird unterschiedlich interpretiert. Das sind unterschiedliche Charaktere. Noch einmal, wenn ein Film in dir läuft und deine jetzige Welt, dein Leben ist ein Film. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Meinst du, dass wenn jetzt du hier irgend... der Hannibal Lecter, wir sagen jetzt, der Schauspieler, der den Hannibal Lecter-Film, weil er einen Bösen spielt, dass das für ihn ein schlechter Film war? Es ist gut und schlecht ist eine Illusion. Es sind Definitionen von Qualitäten und die Qualitäten entstehen durch den Beobachter, indem er ein absolut wertfreies Bild einseitig ausrichtet und bewertet. Das ändert nichts an dem Bild. Dein Bild ist nie gut oder schlecht, dein Leben ist nie gut oder schlecht. Ob du jetzt Krebs hast und gefoltert wirst, ans Kreuz geschlagen wirst und vorher gegräht hast wie die Sau, ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche, das ist dann weg, wenn du wach wirst und dann lächelst. Du schaubst, mich an Scheiß treibt. Das ist das Schöne im Urlaub. Du hast ungeheure Distanz zu dem, was zu Hause läuft und fühlst... Überdung ist ganz nebenbei. Uraufgespannte Berechnungen. Dieses Licht ist AUB. Wir sind wieder bei uns an AUB, der Urlaub. Das sind deine Beschwerungen. Du bist jetzt im Urlaub. Wobei das Laub wieder was ist, was vom eigentlichen Stammvorder abgefallen ist. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Au, im Staub haben wir schon wieder diese Beschwerungen. Das ist nicht einfach besser. Das ist übrigens der Effekt. Warum du dich im Urlaub... Diese Energie erzeugt zwei Facetten und die Ecken, das sind Ecken. Wobei ich jetzt immer in dieser Symbolik, es sind eigentlich drei. These, Antidese, Sündese macht das Spiel perfekt. Per Effekt. Drum ist der Imperfekt noch nicht vollkommen. Hat nichts mit Vergangenheit oder Zukunft zu tun. Wohlfühlst. Vor allen Dingen wiederholst du nicht das, was du jeden Tag zu Hause wiederholst. Leben ist nämlich immer da, wo du noch nicht warst. Alles andere ist Wiederholung. Leben, das wirkliche Leben beginnt, wenn du da bist, wo du noch nicht warst. Wie sitzen? Wirst du mal einen Blick in meinen Himmelreich werfen? Jetzt machen wir einfach mal eine Zeitspanne vom Säugling bis zum Kreis. Meinst du, der Windelsäugling interessiert sich für die Schule, wenn er noch nicht mal lesen und schreiben kann und noch in die Hose kackt? Das sind auch deine Professoren. Alle sind für mich kleingeistige Hosenscheißer. Dann fängst du irgendwann einmal an, dich mit der Sprache zu beschäftigen. Du sprichst und dann lerne ich dir lesen und schreiben. Was jetzt bei dir in der Schule passiert, machen wir jetzt auf einer geistigen Ebene, dass du höhere Klassen kommst. Und dann kommst du in die Pubertät, dann kippt wieder alles um. Dann interessiert dich die Kinderkacke gar nicht mehr. Das wird eine Selbstverständlichkeit und du fängst an. Liebe, Geschlecht, die Verbindung, das Einswerten, das Verschmelzen von Mann und Frau in der klassischen Symbolik. Das hat aber nichts zu tun. Ich könnte jetzt zum Siegfeld wieder sagen, Siegfeld, wir Geist wissen, wahre Liebe gibt es nur zwischen Männern. Weil Programme können sich nicht lieben, Frauen können sich nicht lieben. Das wird so vielfältig, da kommst du mit zwei oder vier Seiten nicht aus. Ich kann dir ein und dasselbe Thema, das du anschaust, das du bisher einseitig ausgelegt hast, ändere mir die Perspektive und es wird alles logisch. Mit Holofeeling wird jede Logik logisch. Jeder hat recht, aber nur ein wenig. Für alles im Leben. Leben ist immer da, wo du noch nicht warst. Ja? Und darum fahren wir so gerne in Urlaub. Und nicht unsere eigenen Beschwörungen. Bloß weg von hier. Ich sage, nein, hol alles in dich rein. Abenteuer. Neues Angekommensein. Ab, Ben. Teuer. Ganz interessant. Ab ist der Vater, Ben ist der Sohn, die sind die Spiegelung, sind euer. Und zwar so, wie du dir das selber ausdenkst. Ihr euch selber das ausdenkt. Jeder für sich mit seiner Logik. In einer ganz anderen Welt. Dann bist du in einer komplett anderen Welt. Diese Welt ist nicht die. Der deutet jetzt auf das Ego. Das ist nicht die Welt, die dein Ego projiziert, sondern eine Welt außerhalb. Dann wirst du hier, jetzt natürlich in dieser Symbolik, wirst du der Führer. Du bist in einer Führerscheinprüfungsbogen. Weltführer bist du erst, wenn du die Prüfung bestehst. Hier sind wir teilbar. Das bedeutet... Innen im Ego, hier. Übrigens ganz interessant, habe ich schon darauf hingewiesen, weil man hier... Das H im Griechischen gibt es ja nicht. Da ist nur dieses IER. Diese Vorsilbe hier raus. Was du merken, das ist es hier, die Hieroglyphen. Hier sind diese kreisenden Wellen, die Hieroglyphen. Das ist heilig. IRO ist heilig oder göttlich. Heilig, göttlich. Aber interessant ist da, dieses Heuer nicht drin ist. Die ersten Buchstaben ist I, eine kleine Schlangenlinie drüber, wenn du hinschaust. Und dann kommt I² R. Gott. Sind wir zwei kein anderer und wir sind heilig. Heilig sind wir. Und dieses Korr ist out. Das sind die Zeichen des Lams, weil Korr heißt nämlich nicht nur Weide, sondern auch Lamm. La, M, M. Das sind die Zeichen, die in die auftauchen, die Gedanken. Hier müssen wir unteilbar sein. Das heißt, im Ego bist du geteilt. Hier, im Roten hier, bist du unteilbar. Holophilien, alles ist eins. Das Gefühl, alles zu sein, was ich mir ausdenke, und nichts davon. Der, der immer LHM ist, UB 86 LHM, der ist all seine Gedanken, aber nicht irgendein bestimmter Gedanke davon. Weil er immer ist und die Gedanken, das Existierende, ich bin all die Menschen, die ich mir ausdenke, aber kein Bestimmter. Ich bin alle gleichzeitig. Ich bin ja vom Bücherregal. Zu einem Bestimmten werde ich erst, wenn ich ein einziges Programm laufen habe, das mich aufzwingt, an mich, wenn ich an mich denke, an einen ganz bestimmten laufen zu denken und zu sagen, dann das bin ich. Das macht aber das Programm, das Buch, das ich lese. Das passiert aber mir nicht, wenn ich vom Bücherregal stehe. Unteilbar, lateinisch individus, von dividieren, teilen, das heißt, die Wahrheit ist. Es geht noch weiter, das Individuum ist das Unteilbare, aber da die Vorsitzende auch eine Verneinung ist, das ist das Unteilbare, aber auch innen heißt, heißt es ein Unteilbares, das in sich selbst geteilt ist. Genau. Dasselbe gilt für eine Informula, eine Information ist eine Form in dir, die eigentlich gar keine Form ist als Verneinung. Weil was ist jetzt die Erdkugel, wenn du sie denkst? Sagst du mal so das Wort Erdkugel. Und da kannst du jetzt Bilder machen. Beillet im Kind erweckte Vorstellungen, aber erst wenn du dir das ausdenkst und vorstellst. Aber alles ausgedacht ist trotzdem in dir drin. Und jetzt kann man wieder, er ist der Verstehende, ich bin du lesen, er widerspricht sich erlauben. Nein, ich spreche von Wellen, es ist immer bloß eine Seite und ich erkläre dir die Seite und dann die Seite und dann sagst du ja, weil du chronologisch noch denkst. Individuen. Das sind wir alles gar nicht. Wir sind als Original geboren. Leider sterben viele als Kopie. Or-I-G-I-N-A-L. Ein seiender Gott. Kann man mal in die Geologer Arigmetik reingehen, da wird es ganz schön, auch in der Grammatik, oder in den Nullpunkt Gottes erkläre ich dieses Wort genau. Und wenn du ein Individuum bist, dann bist du ganz bei dir selbst. Das Wort selbst. Du bist dich bei dir selbst, du bist das Rode selbst. Wir selbst. So ist es. Update anschauen, das dazugehört. Ständig führen. Wir sind selbst stehend im göttlichen Geist. Und dort setzen wir uns in Bewegung. Und zwar in dieser Form von ständig wechselnden Bildern, ohne dass wir uns einen einzigen Millimeter von dem Hier und Jetzt wegbewegen, weil jedes Bild, das auftaucht, da taucht hier und jetzt in uns auf. Das ist das Spiel. Jedes Wort wird selbst erklärt. Solche Leute im Mund. Das ist ein Widerspruch in sich. Du stehst gar nicht auf dem Selbst. Du stehst völlig festgenagelt in deinen Ego-Rollen. Also Selbstdisziplin nennt man das auch. Discipuli, der Schüler. Du bist praktisch eingesperrt in deine Ego-Vorstellung, die dann doch wieder in Bewegung gesetzt wird. Aber ich stütze dich wirklich in dem absoluten Mittelpunkt ab, den wir Gott nennen, nichts nennen. Das Ego muss wieder zum Schüler werden. Leider werden die meisten Menschen von hier beherrscht. Die können sich gar nicht führen. Wunderschöne Szenen. Sie lassen sich führen, weil sie zu Dieter Langes oder zu Depperweins oder sonst was, zu Pfarrer, zu Ärzten nennen. Du wirst nie der Chef werden, wenn du meinst, dass irgendein Gedanke mächtig ist oder mehr wüsste wie du selbst. Selbstverantwortung. Das ist der Schlüssel. Und jetzt lassen wir es gut sein. Da trampelt einer. Sonst noch irgendwelche Fragen? Siegfried? Sowieso nicht. Ein Feuerwerk, oder? Alles klar. Ein Feuerwerk. Alles klar. Und du merkst, wie das Ego sich spreizt oder was? Gut, das stellen wir jetzt dann in den Chat rein, dieses Update. Aber wie gesagt, YouTube-Veröffentlichende, lassen wir es einfach. Ich sage jetzt für uns beide einfach Batsch. Ich danke.